so so leute weiter geht es mit dem nächsten stream heute machen wir uns die bienenrüstung ja warum das schon im thumbnail ist ganz einfach weil ich es auf meinem gameplay schon geschafft habe da habe ich die rüstung schon werdet ihr alles auch noch sehen aber hier wir haben das meiste material haben wir eigentlich und zwar hier drüben 9 reptilienhaut das sollte reichen die flügel auch chitin auch nur das einzige problem was ist was ich gemacht habe was ein fehler war ist wo haben wir das hier spinnseidenfaden wir hätten lieber daraus stoff machen müssen das heißt ich muss noch mal ins spinnengebiet die marienkäfer den las ich glaube ich hier weil sonst wird er nur drauf gehen warte mein spruch steine zum reparieren erst mal wo haben wir den steine hier ich befehle mal dass er hier bleibt noch aber sonst der wird 100 pro drauf gehen dann lassen wir die sache mal hier oder machen uns direkt auf den weg train haben wir ich schaue ob ich vielleicht noch ausdauertränke machen kann man haben wir hier irgendwie rinde irgendwas aus dem noch hier lassen können die steine lassen wir auf jeden fall hier das ist safe das soll ich nicht machen nehmen uns auch mal zehn fasern mit 15 holz mit wir uns zur not auch eine kleine untergrund vor so bauen können das kommt weg das nehmen wir alles mit ach nein was mache ich denn da so feuersteine nehme ich mir einfach drei mit her zum reparieren einfach rinde haben wir nichts hat mal sowieso habe ich eigentlich nur block blätter fällt mir gerade ein jetzt haben wir mal für die normalen blätter hier drin noch nur feuerstein kommt dann runter würde ich sagen oder feuerstein kommt hier rein zack ach nur auf blätter habe ich da alles klar aber da habe ich auch sehr wenig da brauche ich mal ein paar mehr große kisten hier haben wir mal knochen rein wenig warte mal haben wir noch honig weil eben sonst keine verbände gegen die spinnen das nicht gut da machen wir uns lieber mal weil das brauchen wir schon und dann schauen wir mal kurz wegen auszauertrank das brauchen wir eigentlich dafür noch mal wildbeeren oder rombären aber wir beide es nicht nur können uns aber noch mal ein paar verbände wenigstens machen ameisen köpfe zum snacken nehmen wir uns auch noch mal wohl 5 sollten 5 reichen hier können wir nicht zubereiten hier können nur so ein tipp von sowas machen wir haben keine bären nicht mal erdbeeren das heißt wir können uns keinen auszauertrank machen leider nicht mies gelaufen ach schuld mir was man macht mir wenig ins ameisen köpfe machen wir mal 33 sollten reichen müssen wir einmal reparieren wusste haben wir müssen wir nicht ok dann schauen wir mal hier genau die holzfeile haben wir eigentlich drei nur noch ne ne davon brauchen wir auch ein paar mehr erstmal die verbände wenn wir doch noch phasen raus machen wir uns zwei stacks und feile brauchen wir definitiv aber wenn wir gegen die spinnen kämpfen ich glaube wir sollten uns auch gegengift machen wir gehen ja eh nur hin wegen der spinnseide rinde können wir auch sammeln aber brauche ich jetzt nicht unbedingt was braucht man denn für wir hier begegengift also giftdrüse saatenöl und gekochte giftpilz saatenöl haben wir da haben wir kein giftpilz warte mal wo ist ein gekochter giftpilz ach sehr gut dann holen wir noch schnell die drüsen von drüben die holen wir uns noch ach ich verdrücke mich immer ne davon brauche ich nämlich nur fünf zack die kommt wieder rüber nehmen wir uns das saatenöl noch mit ohne ich lassen wieder mal hier und machen uns einmal die tränke warte mal das hat 66% das ist definitiv besser ach da brauche ich auch mehr giftdrüsen und aha man kann schon noch ein klein machen eine kleine was der kleinere brauchen mehr giftpilze ja mehr habe ich glaube ich nicht dann ist es halt so wenigstens zwei für wie lange 600 sekunden ich glaube es sollte reichen das sollten wir überleben wir haben zwar nicht viel platz aber wir wollen ja eh nicht sammeln gehen wir wollen ja nur diese spinnenseite holen die können wir auch direkt von hier vorne denke ich auch holen bei ihr hinten sind zwar viel mehr wo gehen wir zu ihr drumrum muss ich mal überlegen was cool ist wir haben jetzt wenigstens greifhaken damit können wir vielleicht auch bisschen einfacher unten reinkommen aber das ist auch ein bisschen riskant der greifhaken ist definitiv auch ein bisschen riskant wir wählen mal die pfeile erstmal aus aber warte mal jetzt will ich die wieder nicht zusammensetzen so und wir sollten uns dann auf jeden fall demnächst also wir sammeln jetzt Seide damit wir halt uns diese Bienenrusse machen können und ich habe keinen Ausdauertrank stimmt ja und dann können wir nämlich uns auch einen besseren Bogen machen Leute äh wo muss ich nochmal hin habe ich mir jetzt nicht markiert so in die Richtung ich nehme uns auf jeden Fall ein bisschen Holz nehmen wir uns mit tut uns nichts ne auf Ameisen habe ich jetzt eher weniger Bock und da kommt trotzdem welche oder seltsam irgendwie Knobloch ich muss auf jeden Fall auch mal Knobloch sammeln weiß ich was die können wir mitnehmen bevor wir das später vergessen weil die brauchen wir halt für Truhen ich glaube Schettin haben wir genug warte mal der wird uns angreifen also die sind überhaupt kein Problem mehr ne aber nicht spinnen mit der Rüstung die wir haben aber ich will mir jetzt nicht die Rüstung machen die wir da am Strand machen können weil einfach aus dem Grund wenn wir direkt schon die Bienenrüstung machen können und nur noch ein bisschen Seide brauchen machen wir lieber die warte mal die Schere okay die ist auch vollkommen repariert weil die brauchen wir ja für die Eier und da haben wir direkt den nächsten Feind sehr gut ist mal wieder typisch ne ich will noch irgendwo hinlaufen ich hätte auch auf Freddy stellen können und dann ganz easy da fahren können aber das sollte schon ein bisschen eine Herausforderung sein Leute ne bisschen Action sollte da schon drin sein wir müssen da wieder lang und zack und zack von der das Gift ist zum Glück nicht so stark ne das ist nicht so das Problem äh ach ich hätte mir Mariengefahr mitnehmen können und da ich hab ihn ja hier so eine kleine Base gebaut stimmt ja damit wir mehr mitnehmen können ja das hab ich jetzt irgendwie vercheckt oder können wir uns vielleicht ach ich will mir keine Pilze oder sonst hätten wir uns einen neuen Direktur holen können wir brauchen diese leckeren Pilze ne naja was soll man machen Franz was soll man da machen lege so wir hier lang da hinten ist hier glaub ich auch ne Spinne ne aber da hinten sind auch schon Spinneier wir gehen einfach hier runter nehmen einmal das hier da kriegen wir auch einiges am Material raus ich weiß gar nicht wie viel wir überhaupt brauchen da hinten glaub ich schon ne ja da hinten fängt es schon an jetzt müssen wir natürlich aufpassen dass nicht irgendwie so ne schwarze Witwe um die Ecke kommt oder so ne da ist mir nicht so gut oh da ist auch schon eine jetzt müssen wir gleich kämpfen guck mal die Eier sind die gut sind die wichtig wir nehmen die mal mit wo ist sie warte mal da hinten ist sie ich glaub die kriegen wir hier abgebaut wo sagen wir lieber gegen die kämpfen ich sag wir kämpfen einfach gegen die obwohl es die da hinten ne aber da sind auch Eier so ok haben wir eigentlich ganz gut geschafft äh die können weg weil die sind noch warte Spinnenkopf den will ich auch haben kann das Käferherz weg dann können wir in Ruhe sammeln zack, zack, zack wenigstens haben wir so ein bisschen Giftresistenz ne das sollte man hier schon haben da hinten waren auch Eier sogar einige eigentlich würde ich auch gerne Rinde mitnehmen ne aber ist mir gerade ein bisschen zu kritisch weil wir auch keinen Platz im Inventar haben ich muss da schauen dass ich echt nur mit den wichtigen Sachen losgehe ne so ein bisschen Rinde wäre nicht schlecht ne was ist denn hier relativ unnötig gut den Stacheln können wir rauswerfen das Blütenblatt und Insektenfett dann nehmen wir lieber noch ein bisschen Rinde mit zack zack hier warte mal was ich hier hier so das Ding ist Ausdauertrank haben wir leider nicht ne Ausdauertrank wäre schon echt gut jetzt ist die Frage wo haben wir hier noch Spinneneier die ist überall sumpf ne wenn wir da reingehen kriegen wir glaube ich Schaden können wir über die Flasche warte mal da hinten oh Kronkorken äh wir haben hier noch ein bisschen Platz nehmen wir mal die Kronkorken mit das ist halt ne Spinne sieht nicht so aus das heißt wir könnten hier sogar in Ruhe Eier sammeln ne und da hinten ist ein Tunnel ich glaube da gehen wir lieber nicht rein obwohl da sind bestimmt viele Spinneneier ne da würde es sich wahrscheinlich lohnen dann repariert gleich einmal die Schere haben wir überhaupt ne Fackel dabei eben gar keine Fackel ne ah doch 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 haben wir so wo ist der Hammer zack verfeinertes Holz ja super das passt perfekt jetzt habe ich alles mitgenommen außer das verfeinerte Holz und die Saat habe ich auch hinten weggeworfen wo geht der Tunnel hin bitte hier einfach nach draußen was ist denn das hier warte mal wenn wir hier hochgehen hier können wir eigentlich sich eine coole Höhle bauen wir schauen jetzt einfach mal wo das hinführt wo kommen wir raus dann könnten wir das als schnellen Eingang nehmen dann können wir die Höhle sozusagen uns auf beiden Seiten Eingang bauen ein bisschen hart ist hier mehr aber nicht wo sind wir jetzt hier krass das lohnt sich doch als Eingang warte mal das muss ich jetzt einmal mir gönnen da könnte man eigentlich in Zukunft bauen eigentlich nicht schlecht den können wir da nicht heransetzen das hat noch funktioniert so kleine Treppe Tür rein zack dann machen wir jetzt einfach so ein Dach da noch das passt so schon ne das passt so schon Leute da haben wir nämlich einfach einen schnellen Eingang hier das muss ich mir auf jeden Fall markieren dass wir hier sind Eingang ups Sumpf Eingang wie viel haben wir eigentlich jetzt ich glaube es sollte reichen ne ich glaube wir gehen jetzt erstmal zurück das sieht doch gut aus oder ich finde das sieht schon ganz gut aus nein die Markierung so obwohl das nicht auch funktioniert ne aber warte mal genau ich habe doch da hinten was gesehen warte mal wir haben irgendwas unnötiges die Fasern können wir so zusammensetzen mal erst ein Kopf weil ich habe doch hier Raumbeeren gefunden aber dann könnten wir uns wieder Ausdauertränke machen wenigstens zwei oder so weil die sind schon echt verdammt wertvoll kommen wir hier nicht hoch ja dann müssen wir hier lang müssen wir halt leider kämpfen dann können wir uns jetzt gleich endlich die Bienenrüstung holen Leute obwohl wir können auch hier rüber da haben wir uns einfach den Hülleneingang hier gesaved wenn ich hier einfach kommen wir gelaufen wieder ich habe halt keinen Platz im Inventar ne Insektenflügel geht aber mehr auch nicht ich will eigentlich schon aus dem Weg gehen wetten er wird mich aber angreifen ja sehr wahrscheinlich war ja klar war ja wieder klar Leute jetzt einfach nur schnell zurück da zum Inventar machen und dann gehen wir uns die Bienenrüstung holen und wenn wir die haben dann werden wir gucken dass wir uns irgendwie ach warte auf ein Grashüpfer oder ein Gekrozeem ich weiß nicht was der Unterschied ist welcher schneller ist oder ob vielleicht der Grashüpfer nicht kämpfen kann aber der Gekro dafür da habe ich keine Ahnung müsste ich auch noch selber rausfinden ich habe mich dann gegriffen ne kam einfach nur diese dramatische Musik aber Insektenpelz müssen wir auch genug da haben wenn nicht da gibt es ja genug Bienen da sollte kein Problem sein so und schon sind wir da perfekt der Inventar ist echt voll ich muss mir das mal ordnen weil ich muss ja nicht alles mitnehmen wenn ich weiß ich muss nicht gerade Spinnseile abfarmen dann kann ich das auch zu Hause lassen dann kann ich wenigstens so ein paar Sachen mitnehmen ach da oben schaut euch immer an so warte erstmal hier drüben die Bären hier reinballern und alles was hier mit zu tun hat was können wir noch ist alles unordentlich ich weiß Leute alles unordentlich ich muss hier mal einen Truhenraum machen oder so so Schittin wo ist Schittin erstmal die Flügel Schittin kommt dann auch hier rein Spinnenköpfe Bienenköpfe sollte ich mal mitnehmen dann machen wir uns Stoffstücke aber bevor wir es machen wir räumen erstmal auch Giftdrüsen warte mal ich kann jetzt auch mein Ding hier doch reparieren Zack machen wir mal die Rinde auch erstmal hier rein das Blatt auch zack ein Stack nehmen wir uns die Augen sammeln wir hier drin äh was sammeln wir noch da drin einfach machen das Ei keine Ahnung ich weiß sonst nicht wohin damit so was haben wir hier Stein zack hier haben wir eigentlich Rinde ne hier haben wir noch Munition und so ein Kram hier können wir den Kronkocken hinhauen der Feuerstein kommt auch wieder hierhin zurück da machen wir jetzt ganz viel Stoffstücke das fehlt uns Fasern Fasern haben wir eigentlich auch noch einige ich weiß jetzt nicht wie viele Stoffstücke wir brauchen für die Bienenrüstung habe ich jetzt gerade nicht im Kopf 18 reichen 20 wir machen mal lieber mehr ich denke wir brauchen so oder so noch Stoffstücke für ein paar andere Sachen zack 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 okay das reicht so und aus den Rest würden wir dann solche Spinnenseide machen würde ich sagen zack Stoffstücke haben wir also Inventas so voll ne aber eigentlich die hier kann ich auch erstmal zur Seite packen die brauchen wir jetzt nicht unbedingt was haben wir denn noch hier Bauhammer den sollte man immer mitnehmen die brauchen wir jetzt auch unterwegs nicht Gegengift auch nicht gut Stoff brauchen wir hä ist das irgendwie auf dem Boden gebrochen warte mal ich habe hier nur 5 ich hatte doch mehr warte mal war ich das hier reingepackt ah ja boah ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen Leute so dann nehmen wir uns die Flügel mit raus wir machen alles so schön hier hin zack Sektenpelz brauchen wir auch Schittin brauchen wir Knochen weiß ich gar nicht auf jeden Fall die Reptilienhaut brauchen wir also Leder zack dann haben wir schon mal die Sachen hauen uns den rein und gehen uns jetzt erstmal die Rüstung herstellen ich weiß nicht ob ich den Marienkäfer mitnehmen soll ich würde sagen ja wenn der drauf geht dann geht er halt drauf äh warte mal Fasern haben wir hier noch machen wir das einmal so und die Giftdrüse einmal hier rein was brauchen wir da nochmal für den Ausdauertrank Johannesbeeren oh was Brombeeren sind ich weiß warte mal Zartenöl einen können wir machen den können wir uns auch direkt ach ja warte mal Marienkäfer mitnehmen genau damit wir auf dem Weg noch ein bisschen Kram sammeln können warte mal was nein wie freigelassen ach und das ist noch ein Kram im Inventar ich wollte den ganz ach ach Leute und ich habe hier trotzdem auch noch Kram ist mir jetzt das aufgefallen ach hör doch auf ey ich habe jetzt glaube ich keine Pilze um den wieder einzufangen jetzt muss ich die Sachen erstmal hier sammeln ich wusste gar nicht dass der auch noch was im Inventar hat warte mal ameisenkopfsteine saaten nektar also wenn wir jetzt kein Pilz haben dann haben wir ein Problem dann können wir nicht mitnehmen ich bin so ein Opfer Pilze ach gut jetzt muss ich hier wieder einfangen und was brauchen wir nochmal für die Tasche können wir direkt machen alles klar alles gut das wollte ich machen dass er uns folgt mehr nicht warte mal was kann ich jetzt hier nochmal rein was haben wir jetzt noch Nektar kann hier rein Pilze Fasern nehmen wir jetzt auch nicht mit oder oh egal komm lassen wir jetzt einfach drin so also Flügel haben wir Köpfe haben wir Stoff Pelz Schittin Reptilienhaut und Knochen das sollte auf jeden Fall reichen und ich meine wir müssen den jetzt nicht unbedingt aus dem Haus rauskriegen ich glaube sobald wir unten sind testen das mal dann sollte der hier einfach drauf spawnen das wäre schon gut hier mitzunehmen ich hoffe dass der mitkommt wenn wir jetzt hier unten sind sollte der gleich eigentlich kommen machen sie mal so ein bisschen auf den Weg wir wählen schon mal das Ziel aus zack oder wir müssen ihn da echt rausholen ey oder wir gehen jetzt den Baum runter oder bleibt der bleibt der echt drin das wäre jetzt mies dann habe ich jetzt einfach meinen Ausdauertrank einfach aufgebraucht ach gut da ist er und dann funktioniert das doch so wie ich es mir gedacht habe das Ding ist wir müssen ihn jetzt halt mies beschützen das ist aggressiv ich glaube nicht wohl Nacht die sind doch aggressiv oder ja er soll nur nicht so weit weglaufen ich hoffe der kommt jetzt wieder wo ist der haben wir auch Bienen und so oh warte mal Glühwürmchen oh weg sind die oh nein ich wollte mir gerade welche holen ey der rennt auch nicht weg ey die sind mal der geht mir gleich noch drauf ich will doch eigentlich nur mir entspannt die Rüstung holen und Material versammeln wovon rennt der jetzt wieder weg ich habe voll Angst um den ich will den doch am liebsten einfach nur Rüstung herstellen so kommt mal her wenn man mir auf die Nerven geht jetzt rennt der wieder weg das kann doch nicht sein wir müssen am besten in die Richtung hier das sind doch Erdbeeren die könnten wir auch mitnehmen das ist gut für Ausdauertränke ich muss immer auf den aufpassen schlimm ist das so Leute echt verdammt schlimm mal wieder mal rumschreit so stacheln kann es auch mal mitnehmen Honig warum läuft hier wieder weg ja vor was der macht mich echt ich muss auch mal gucken wo der hinläuft weil sonst läuft der nämlich genau in ein Sekt rein wie eine Wespe oder so dann ist es vorbei für den dann ist es vorbei für den kleinen Mann vor allem ist er noch angeschlagen von mir okay gut wenigstens volles Leben wenigstens etwas aber der hält halt nicht viel aus deswegen würde ich schon cool wenn man eine Rüstung irgendwann mal echt das gibt es noch nicht wie doch unbedingt auch mein Marienkäfer drauf gehen wollte ach komm das kommt ja nicht runter oder was unglaublich Leute echt unglaublich wo ist er jetzt kommt er ja was soll man da machen Leute und hier schon wieder Bienen oder so komm wir gehen einfach schnell durch jetzt haben wir da auch noch wieder so ein Vieh eigentlich sprechen wir die auch wieder ne zur Not falls er drauf geht jetzt haben wir mal die Blütenblätter den Kram hier auch auf jeden Fall der Fälle Leute falls wir einen neuen machen müssen einen neuen Bro weil wenn der drauf geht wäre das nicht so gut weil wir haben kaum Pilze ach so kaum Platz ne kaum Platz Leute aber Bienen und Rüstung komme was wollen wir kommen auch wenn der kleine drauf gehen sollte hoffen wir mal natürlich nicht aber man weiß nie so dann geht es jetzt erstmal weiter warte mal wir snacken uns noch in den Kopf also Samen hätten wir sonst auch zur Not dann können wir trotzdem einen neuen fangen das coole ist wenn man halt die Flüge hat man könnte hier schon rüberfliegen jetzt muss ich halt schauen aber wir müssen hier unten lang um da auch richtig runter zu kommen ach warte mal da waren ja damals die Ameisen da unten unsere erste Kampfbegegnung warte mal sind viele Pilze die nehmen wir mit nur für den Fall der Fälle Leute schau dich mal an wie süß auch cool wenn man so einziehen könnte und man richtig durch die Gegend fliegen könnte das wäre auch ziemlich cool ok den geht es gut ich gehe jetzt einfach hier zack zack runter ich hoffe dass er den Weg findet ohne Probleme und Giftpilze sollten wir uns auch mitnehmen haben wir noch Platz sehr gut weil der ist jetzt gerade ein bisschen weiter hinten weil wir wieder in das Sumpfgebiet gehen müssen dann sind die schon ganz wertvoll diese Gegend Gifte weil das Gift haut sonst übelst rein von der schwarzen Wirt ich sag's euch das haut richtig mies rein Steine sammeln wir auch auf dem Rückweg aber nicht jetzt wir schauen erstmal dass wir schnell die Rüstung kriegen aber Giftpilze die nehme ich schon safe mit her und unsere Brücke die steht noch die steht tatsächlich noch ich glaube Arme sind aber trotzdem ganz gut wegen den Köpfen die können wir jetzt echt immer gut snacken die kann man gut weghauen die gehen runter wie Butter Leute ich schau mal ganz kurz die Brücke können wir die direkt reparieren wenn wir schon hier sind obwohl ich hab jetzt auch den Server öffentlich übrigens wer mitspielen möchte einfach in der Videobeschreibung gucken da steht der Servername irgendwie tritt keiner bei am Anfang wo ich mein Gameplay gestartet hatte da sind direkt mehrere Leute gejoint auf den Server ich weiß nicht gibt es jetzt ganz viele oder keine Ahnung ich weiß nicht wie es da mittlerweile aussieht ach das Anfangsgebiet Leute kennt ihr das noch jetzt können wir einmal schön durchspazieren und werden dabei natürlich angegriffen aber das kennen wir doch noch guck mal ganz viele Materialien so ich glaube wir können da hinten einfach rüber klettern über die Wurzeln die ist ja komplett das Anfangsgebiet die nehmen wir auch mal mit geht eigentlich auf der Schatten weg wenn wir die jetzt weghauen wenn wir die jetzt weghauen nee ne so dann hauen wir denen nochmal hier was rein zack 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 Giftpilz kann der auch mal mitnehmen so den Rest behalten wir sonst erstmal im Inventar hier ist komplett das Anfangsgebiet ne deswegen gehen wir hier rüber dann in die Richtung müssen wir da irgendwo richtig schon den richtigen Weg haben da hinten liegen auch glaube ich schon wieder das war noch Marienkäfer so kommt mal her die rennen weg warum haben wir gleich abends nein noch gar nicht überhaupt nicht seltsam echt verdammt seltsam was ist das hier Setzlinge oh ok warte mal davon nehmen wir ein paar weil die geben alles Fasern Holz und Harz die sind sehr gut da haben wir direkt alle Materialien und auch nicht gerade wenig hier haben wir wieder Stein und ah wir müssen kämpfen so ist das noch gar nicht tot ja dann nehmen wir auch den Kram hier mit nehmen wir noch einmal Pilze so dem Mann geht's gut hier sind wir ah mein ach hör doch auf nein 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 du kommst schön her ach der rennt schon wieder weg das Ding ist ich sehe hier auch nicht oh warte mal das ist sehr gut wo ist der denn jetzt warte mal ich muss mir den auch mal markieren damit ich immer sehe wo der hinläuft aber die Bären die nehme ich auf jeden Fall mit sind einige ne ich glaube das hier sollte ich mir markieren diesen Platz hier das können wir können so lassen ah warte mal ich wollte das doch nur ey 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 Und schau mal, wie viele Marienkäfer hier am Start sind. Wie die ganzen Bären. Wahrscheinlich, ne? Ich dachte schon, ich höre irgendwie da irgendetwas. Das ist halt ein Nachteil, wenn man mit so einem Marienkäfer unterwegs ist, ne? Ich habe jedes Mal Probleme. Das größte Problem ist das hier. Dass die denen dann auch hinterherlaufen. So. Jetzt muss der erstmal wieder was tragen. Äh. So. Das nehmen wir erstmal mit. Die Bienen, die lassen wir erstmal Ruhe. Und schauen, dass wir schnellst zur Rüstung kommen. Das ist ja nicht mehr weit, ne? Wir sind bald da. Hier sind halt sehr viele Gegner, ne? Wenn der jetzt hier von dem weg läuft, dann läuft der wahrscheinlich in den Schwarm Bienen rein. Hier sind verdammt viele Bienen. Ich hoffe, der kommt mit. Wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Eigentlich darüber, wo die ganzen Bienen sind, ne? Ah, da müssen wir kämpfen. Müssen wir wohl oder übel kämpfen. Von dem Bienen läuft er nicht weg? Oh nein. Ich habe den umgehauen. Ach man, unser ganzer Loot. Warte mal. Wir müssen auf einen neuen Marienkäfer hoffen. Warte mal. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche ja nur Kisten eigentlich. Ach, hör doch auf, ey. Das war ja sowas von klar. Wisst ihr, da läuft der nicht weg, ne? Mit den anderen läuft der immer wieder weg. Aber hier nicht. Ne, es war schon richtig. Jetzt müssen wir uns das wenigstens irgendwie in den Kisten safen. Ei, 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 ei. Hau noch schnell mal ein Dach hier rein. Ach, Leute. Ich habe immer so ein Pech, ne? Immer habe ich dieses Pech hier. Mit Giftpill sammeln wir dann auch erstmal hier. Ameisenkopf kann auch erstmal rein. Obwohl, die hier auch. Wir müssen uns halt wieder in der Workbench machen. Ich hoffe, wir haben... Okay. Samen haben wir wenigstens dabei. Wenigstens etwas. Können wir direkt eine hier... Mal, Fasern brauchen wir, ne? Machen wir es doch noch so ein Ding größer. Damit wir hier noch eine Workbench hinholen können. Egal, machen wir... Einfach so. Muss nicht gut aussehen. Muss einfach nur den Zweck erfüllen, Leute. Ich habe kein Harz. Moment mal. Zack. Machen wir jetzt hier noch ein Licht rein. Ei, 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 Leute. Ich sage es euch. Ich habe immer dieses Glück... Ah, ne. Wir können auch gar kein Schleim hier herstellen. Weil wir keinen Kronenkorken haben. Geil. Echt verdammt geil. Muss ich mitnehmen, irgendwie was wichtig ist. Wir lassen erst mal... Den Kram hier, würde ich sagen. Honig kann man auch hier lassen. Ach, hier haben wir eigentlich Honig, aber egal. Samen. Dann haben wir ein bisschen Pelz mit. Ach, will's doch. Markieren wir mal hier die Base. Dann gehen wir jetzt erst mal die Ausrüstung holen, ja? Vielleicht finden wir auf dem Weg einen Kronenkorken. Guck mal jetzt, wie lange wir den mitgenommen haben, ne? Und kurz davor stirbt er. Kurz davor wird er einfach umgebracht. Von mir. Weil die Bienen im Weg waren. Ich hätte denen sagen sollen, so, warte mal und dann hätte ich die angegriffen. Aber wir mussten hier halt durch, ne? Wir mussten hier einfach durch. Also den Slime könnte man hier auch machen. Wir haben hier Mohn. Aber wir brauchen einen Kronenkorken, ne? Wir haben hier sogar Marienkäfer. Wir brauchen hier einfach einen Kronenkorken. Okay, kommt her. Wir haben keinen Kronenkorken. Wüsste ich wenigstens, ob hier irgendwo einer... Oh, das ist hier ein Strand. Vielleicht könnte man hier einen finden. Wir gehen da gleich mal hin, wenn wir die Rüstung haben. Vorhauen wir die uns hier aber nochmal rein. Und machen sie dann als allererstes mal die Rüstung. Ups. Vor allem die sind doch gegen meinen Speer hier null stark, ne? Aber ich habe den einfach selbst erledigt. Rest in peace, bro. Rest in peace. Aber wir haben jetzt gleich die Rüstung. Wenigstens etwas. Haben wir überhaupt Platz? Das ist die nächste große Frage. Ich glaube, wir müssen ganz kurz mal hier was ablegen. Und dann machst du uns... Warte mal. Gehen wir direkt hier rein. Also Flügel, Kopf, Hände und Hose. Perfekt. Zack, 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 zack. Dann würde ich sagen, kann man die Rüstung auch wegwerfen. Und wir sehen gut aus. Weil die Rüstung ist fast dreimal so gut vom Schutz. Vom Kälte-Schutz ist die gleich. Aber die ist halt... Die hat insgesamt, habe ich gezählt, 21 Rüstung hat die. Und die andere hat nur sieben. Ne, die hat zwanzig. Genau, die hier. Die ich jetzt habe hat zwanzig und die andere sieben. Also fast das Dreifache, ja? Und das Coole ist jetzt... Wir können jetzt fliegen, Leute. Also was heißt fliegen? Gleiten, ne? Wir können gleiten. Und dann schauen wir mal ganz kurz am Strand. Ob wir da einen Kronkorken finden. Ich würde mir trotzdem gerne einen Marienkäfer mitnehmen. Und mit dem dann... Vollpacken und nach Hause laufen. Weil hier haben wir mehr als genug Marienkäfer. Und wir brauchen halt so Kronkorken, ne? So, dann fliegen wir mal eine Runde. Alter, das ist schon geil, ne? Das ist schon so viel schneller unterwegs. Das ist schon mega geil, Leute. Das ist echt wirklich richtig cool. Cool gemacht. So, da vorne haben wir Strand. Die Erdbeeren lasse ich jetzt erstmal. Ich weiß, die wären gut für Ausdauertränke. Aber wir haben eh kaum Platz im Inventar. Und wir haben ja noch mega viel in dieser Mini-Base, sag ich mal. Und mit der Rüstung sollten wir bestimmt auch... Ah, sehr gut. Schaut euch das mal an. Der kommt wie gerufen. Dann können wir uns wieder einen mitnehmen. Einen Marienkäfer, Bro. Greifen wir es jetzt trotzdem an oder denken die, wir sind jetzt eine Biene? Das würde ich mal gerne wissen. Sum, Sum. Ich glaube... Die greifen uns trotzdem an. Die sehen, dass wir Leichenstücke von deren alten Freunden an uns haben. Ich hätte gedacht, wir können die reinlegen. Ich hätte echt gedacht, wir können die reinlegen. Aber leider nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall hier noch Nektar. Deswegen, das kommt auch wie gerufen. Jetzt haben wir Nektar, die Erdbeeren und so. Und was cool ist, wir können jetzt von einem großen Baum aus einfach runtergleiten, ja? Das heißt, von unserer Base kommen wir überall ohne Probleme hin. Ganz schnell. Das ist wirklich mega geil. Knobobblätter sammle ich jetzt natürlich nicht. Und als nächstes würde ich versuchen, so einen Graswürfel zu zähmen. Komm, wie wir uns das anschauen, anschauen, ob wir uns zu... gehört hat. Und jetzt flüchtet. Der flüchtet einfach. Das machen wir nämlich als nächstes. Ich weiß gar nicht, was der Materialien wir dafür, äh, Kessel brauchen für die Suppe. Müssen wir uns mal anschauen. Auf jeden Fall machen wir uns in der Base dann noch ein paar weitere Kisten. Deswegen habe ich jetzt auch... Boah, ein bisschen auf den Rückweg ein paar Materialien halt zu sammeln, ne? Deswegen brauchen wir eigentlich einen Marienkäfer, ja? Den brauchen wir eigentlich safe. Ich glaube, dann sollten wir uns doch mal ein Knoblochblatt irgendwie mitnehmen. Damit wir uns gleich so ein gutes Bett bauen können, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel das nochmal braucht und was genau. Warte mal, haben wir überhaupt Holz? Wir haben Fasern, aber wir haben kein Holz, glaube ich, ne? Warte mal die stacheln. Ach, jetzt. Ernsthaft? Irgendwas Wertvolles? Insekten ein, ey. Ähm. Warte mal, die können wir ja stacken. Dann haben wir wieder Platz. Holen wir mal die Fackel raus und schauen dann einmal, was wir für so ein Bett brauchen. Holz und Stein. Oh, das Normale würde auch reichen, oder? Was weiß ich? Wir brauchen eigentlich nur Holz. Wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen was mit. Wir brauchen große Kisten, Leute. Und wenn er schon hier ist... Ah, guck mal. Perfekt. Holz haben wir auch. Reicht er schon? Das Bett? Äh, wo ist der Hammer? Ah, hier. Nö. Frei Holz fehlen uns. Alles klar. Ach, warte mal. Guck mal. Perfekt. So. Jetzt aber. Bett. Ähm. Ich muss beim Schlafen geschützt sein. Alles klar. Dann gehen wir mal in die Mini-Base. Da haben wir ja schon eine kleine Hütte. Müssen wir hier noch extra eine bauen. Dann machen wir das lieber. Aber das Gleiten ist echt cool, Leute. Das haben die richtig cool gemacht. Das ändert hier im Spiel absolut alles. Und wie viel... Warte mal. Nektar. Wir haben eigentlich noch voll viel Platz für Nektar, ne? Holz. Schadet auch nicht ein bisschen mitzunehmen. Wenn wir hier schon Mohn haben, nehmen wir mal ein bisschen mit. Weil wir nehmen uns gleich auf jeden Fall zu 100% wieder einen Marienkäfer, ja? Ups. Und Nektar brauchen wir auch für Heiltränke. Warte mal, wie viele Fasern haben wir gerade? Okay, Fasern relativ voll. Wir müssen einmal Hammer, 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 Hammer reparieren. Ach, können wir auch wieder nicht. Machen wir es einfach an der Base. Und Nektar. Tschüss. Ja, ernsthaft? Ich wollte schon sagen. Ach, komm. Weg mit euch. So. Also, den würde ich jetzt nicht auswählen, nur den. Alter, wo kommen die von mal her? Wo kommen die auf einmal alle her? Noch mehr? Machen wir meine Rüstung kaputt, ne? Ich hoffe, die hält lange. Warte mal. Und die Pack ist kaputt. Super. Können wir schnell eine hier herstellen. Wir haben kein Harz. Auch nicht schlecht. Aber in der Mini-Base müssen wir eigentlich Harz haben. Na, wo ist sie denn? Da hinten. Ich habe jetzt mehrere Ausrufezeichen irgendwie markiert. Warum auch immer. Ah, da unten. Ja, mit Ausdauertrank würde die Ausdauer auch wieder schnell in der Luft wieder voll gehen. Warte mal. Was ist das? Die greifen unsere die greifen die Base an. Die greifen einfach meine Base an. So, dann ganz schön ein Bett bauen. Zack. Einfach hier hinlegen. Hui. Was? Haben wir es morgens? Wir haben doch jetzt gerade... Ja doch. Tagesbeginn, ne? Tagesbeginn haben wir jetzt. So, warte mal. Hohen Korken. Ah, toll. Steine und Schrauben. Wir können uns keinen Marienkäfer holen. Deswegen, wir müssen erstmal gucken, dass wir nur wichtige Sachen mitnehmen. Ja, den können wir dann hier lassen. Den hauen wir uns einmal rein. So, ich würde sagen, die Rosenblätter nehmen wir mit. Samen finden wir bei uns eigentlich auch relativ viel. Rumbären. Ameisenköpfe sind jetzt nicht so wichtig. Pilz und Giftpilz würde ich gerne auch mitnehmen. Können wir noch irgendwas stacken? Wir haben sehr viel Schettin mitgenommen, ne? Samen. Lassen wir hier. Giftpilz. Und... Bam, 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 bam. Ja, Honig nehmen wir auch mit. Haben wir nicht mehr viel in der Base. Ja, dann lassen wir das so. Dann lassen wir es einfach so, Leute. Dann fehlt uns einfach eine Schraube. Auch nicht schlecht. Dann geht's ab zur Base. Ja. Haben wir keine andere Wahl. Dann muss ich schauen... weg von denen. Muss ich schauen, dass ich mir große Truhen mache. Mit bisschen mehr Platz mit dem Inventar rumlaufe. Aber wir haben ein paar Beeren, das heißt Ausdauertränke, sind auf jeden Fall am Start. Dann haben wir nicht das ein Haken. Wir haben den Haken, aber wir haben... Ach doch, wir haben die Haken auch dabei, ne? Eigentlich können wir uns hier lang... swiggen. Aber ich glaube, so passt das erstmal. 30 Pilze haben wir auch. Also wir können auf jeden Fall wieder so einen Rucksack in der Base machen. Uns fehlt... Warte mal. Ich bin dumm. Ich brauche gar nicht die Saatendinge, ich brauche Nektar, ne? Einen Moment mal. Das muss ich jetzt einmal kurz rausfinden. Das wäre richtig gut. Ach, komm. Wir gehen einmal ganz kurz zurück. Nee. Oder auch nicht. Oh, warte mal. Haben wir nicht hier irgendwo Harz? Das ist auch ein Baum und da haben wir auch Harz. Legen wir mal ganz kurz... Was ist unwichtig? Eigentlich ist alles wichtig. Wir legen erstmal ganz kurz die Stacheln ab. Ich meine, wir brauchen den Nektar doch, oder? Das wäre gut. und... müssen wir nur einen Platz zum bauen. Direkt. Ja, wir können einen machen. Alles klar, können wir doch mehr mitnehmen, Leute. von wo werden wir denn jetzt wieder angegriffen? Nein, 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 jetzt... lasst ihr meinen Marienkäfer bitte in Ruhe. Dann gehen wir ganz kurz zur Base. und holen uns die Sachen. Nektar brauchten wir genau kein... Dingens da, ey. Wie komme ich denn überhaupt darauf, dass wir dieses Saatenöl brauchen? Aber egal, die ist ja zum Glück direkt da hinten. Ja, das war klar, dass wir gegen den kämpfen müssen. Mein Begleiter wurde freigelassen? Oh. Ernsthaft jetzt? Das kann nicht sein. Warum? Weil wir zu weit weg waren. Wir haben doch irgendwas Unnötiges hier drin, oder nicht? Ja, hier. So, warte mal, jetzt letzter Versuch. Sind hier nicht auch ein paar Ladybugs? Wir waren doch vorher welche, oder nicht? Ich würde gerne das Zeug alles mitnehmen. Dürfen wir da nicht fliegen? Wisst ihr, davor finde ich ganz viele, ne? Warte mal. In der Richtung von dem hier. Oben waren noch welche. So, weg mit dir. Habt ihr auch. Ich will jetzt meinen verdammten Marienkäfer haben. Normalerweise können Marienkäfer doch auch fliegen. Deswegen, die haben, das haben die ein bisschen komisch gemacht. Das muss ich schon sagen. Das haben die ein bisschen seltsam gemacht. Muss ich halt nochmal laufen, dann darf ich nicht fliegen. Auch geil. So, da muss ich jetzt mitkommen. Und müssen den beschützen. Boah, ich dachte schon, jetzt kommt wieder eine Biene. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder die nächste Biene, Leute. Guck mal, wir laufen jetzt ganz entspannt, weil wir können so halt einfach viel mehr Kram mitnehmen. Wir gehen jetzt erstmal zur Mini-Base. Wir haben jetzt einen schönen Tag. Ganz entspannt zur Base zurück. So, wo ist der denn? Hä? Ah! Okay, das ist relativ schnell. Dann würde ich sagen, nehmt er schon mal die Beeren und so alles mit. So, wo ist der? Ja. So, Hasern, Knoblauchblätter, so Pelzen, so lasse ich lieber bei mir im Wetter. die Köpfe kann er ruhig auch haben. Obwohl, ein paar würden wir auf jeden Fall brauchen eigentlich. Schnell, warte mal, wir machen das lieber so. Ein bisschen Schettin kann er nehmen, Honig, Blütenblätter, zack, Nektar. So. Tür? Achso. Ich hab schon, die Tür ist weg. Zack, 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 das kannst du auch alles mitnehmen. Komm, Giftpilz geben wir den auch. Ich würde sagen, das passt so. Die normalen Pilze behalten wir erstmal bei uns im Inventar. So, up zur Base. Da mal die Markierungen, die will ich gerne eigentlich sich die Base nicht so gut. Auf jeden Fall da hinten, die regen mich schon die ganze Zeit auf, ja? wegen euch ist mein erster Kollege gestorben. Ist auch noch so, warte mal. Den hole ich auch lieber weg. Das Ding ist, wir müssen noch irgendwas essen, ne? Warte mal, wir hauen uns einfach mal den Honig rein. sein Herz auch. Ich weiß, wenn man das berät und so gibt das mehr, aber was soll man machen? Ich bin gerade keine andere Wahl, Leute. Ich würde sagen, danach wird auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen gesagt, oh, warte mal. Hier liegen echt verdammt viele Beeren. Wir müssen mir sowas von mitnehmen. Können wir uns so viele Ausdauertränke machen. Und danach werden wir ein bisschen sammeln. Schauen, dass wir was Neues bauen können. Weil wir haben ja auch einiges an Spinnenseite und so, ne? Ich meine, wir könnten, ähm, die Mühle kann man auf jeden Fall bauen. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns demnächst einen Steinofen machen. Aber wir haben jetzt bessere Rüstung. Die aktuellen Waffen. Es gibt auf jeden Fall noch schwere Schittinrüstung, habe ich gesehen. Und, äh, wir noch eine Schittinachs machen. Ich weiß nicht, ob die gut gegen diese Albino-Spinne ist, weil gegen die müssen wir eigentlich als nächstes kämpfen. Warte mal, lässt das. Ach, der Anfangstyp. Ich wollte schon sagen, was ist das hier für eine Plattform? Ich dachte schon, welcher Spieler hat hier was gebaut? Das ist hier der Anfang, Leute. Ach, und dann noch die schöne Musik hier. Perfekt. Weil für uns spawnen die Beeren hier nicht, die der sonst hat, ne? Und dann nehmen wir uns direkt mal schön Material mit. Sagt der eigentlich mittlerweile was Neues, weil wir haben jetzt ein paar Sachen erledigt, ne? mal ganz kurz zu wissen, ob der vielleicht uns was Neues zu sagen hat. Ja, in der Höhle kann man sich eigentlich auch bauen, ne? Das habe ich auf jeden Fall auch vor. Kleeblatt, Kleeblatt, Schlüssel, alles klar, Der sagt nichts Neues. Ich denke, wir müssen einfach den Sachen von, wir müssen halt zu ihr gehen. Die sagt, wir müssen die Albino-Spende besiegen, die hier ist. Dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo hin und hier ist ja auch noch ein großes Gebiet. Und der letzte Typ, der den Schlüssel hat, der ist wahrscheinlich hier, Weil ich will wissen, was in dieser Kiste drin ist. Das bin ich ungefähr mit einem Live-Stream und Gameplay von der Zeit her gleich auf. Nur der Unterschied ist noch, wir werden jetzt auf jeden Fall noch einige Zeit streamen, also zwei Stunden locker. Mal gucken, was wir schaffen, ne? Ich bin echt gespannt, was wir schaffen, Leute. Ja, wir gehen ganz normal den Weg. Ich würde gerne fliegen, aber ich habe den ja vorhin verloren, den anderen davor. Und ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt fliegen, der Kleinen uns dann verloren geht. Das weiß ich nicht. Acht? Ne, wir mit haben Sturm, oh ne. Bitte kein heftiger Sturm, warte mal. Jetzt wird es hier schon wieder verdammt dunkel. Hier haben wir keine Brücke rüber gebaut, aber wir brauchen noch ein paar Steine. Wir haben keinen Platz. dann kannst du erst mal wieder Kram tragen. Zack, zack. Zack, die Bären auch. Oh, wir haben viele. Das ist sehr gut. Das ist echt verdammt gut, Leute. Warte mal, die kann der eigentlich, oder brauchen wir die? Ich weiß nicht, ob wir die brauchen für irgendwelche, ähm, irgendeine Sturm. Wie heißt es nochmal? Um halt Grashüpfer zu zähmen. Genau, jetzt habe ich es. Genau, wir wollten das nächste erst mal ein Grashüpfer zu zähmen. Ich glaube, das ist die nächste Mission. Grashüpfer und ein Ding, jetzt hätte ich auch gerne so ein Gecko. Schrauben könnten wir, denke ich mal, auch immer gebrauchen. und Steine brauchen wir glaube ich auch, aber ich weiß nicht mehr, wofür. So. Brücke war da hinten jetzt. Oder? Warte mal. Nee. Ganz falsch. Hä? Brauchen wir uns das halt rein? Zack. Einen rohen Kopf können wir nicht essen, ne? Oder? Nee. Leider nicht. ganz falsch schon wieder. Zack. Schlürfen wir das auch einmal. Warte mal. Her mit dem Stein. Genau, hier lang müssen wir. Wir müssen uns auch mal ein paar mehrere Brücken bauen, ne? Mit Marienkäfer ist das halt echt mies, aber was will man machen? Ich brauche diese Kapazitäten, weil wir können halt nicht viel tragen, ne? Kann man leider nichts machen. Auf jeden Fall ein Stack Steine will ich gerne haben, weil wir brauchen auch Steinziegel demnächst. So. Wie sieht es eigentlich mit der Brücke aus? Ist die noch heile? mal besser, mal ab und zu reparieren. Kann schon nicht schaden. So ist. Ach, komm mit auf. Ey, ist das deren Ernst? jetzt habe ich meine Brücke beschädigt, oder? Oh, ja. Und da kommt der Nächste. Glaubst du ja nicht. Ich glaube es nicht, Leute. äh, zack, 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 warte mal. Nee. Zum ersten habe ich gerade nichts, aber wir können auch ein Stack Steine füllen. ist das deren Ernst gerade wieder? Ist das deren Ernst? Ist das wirklich deren Ernst gerade? Habt ihr es gesehen? Der läuft weg und hey, das kann ja nicht wahr sein. Die wollen mir immer meinen Marienpäfer kaputt hauen, ne? Ey, jetzt reißt doch. Lass doch den Arm klein machen Ruhe. Du bist voll auf den abgesehen, ne? Ich weiß nicht warum, aber die haben es richtig auf den abgesehen. Ich wollte jetzt eigentlich ein paar Sachen bei ihm reinhauen. Was können wir denn noch, warte mal, wenn das ganze Harz hier einmal zack, äh, und das Gewitter hat auch gehört. Das war schon mal sehr gut. Können wir noch mal ein paar Steine sammeln. Unglaublich, ne? Wie die ganze Zeit auf die Nerven ging hier. So. Da sind die Kleinen, die Angst haben, ne? Seid ihr selber schuld? Eure Leute haben uns angegriffen. So. Pech gehabt. Und die können wir auch wieder gebrauchen. Inventas aber voll. Weil der hat hier noch was in seiner Tasche. Das Stack ist aber nicht voll. Ach, ich wollte schon sagen, der greift uns an. Also zwei Stacksteine sollten auf dem verreichen. Wir haben auch Knoblauchblätter. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch große Kisten wieder bauen. Das ist mega gut. Zack, zack, zack. Und wir können richtig viel Ausdauertränke machen. Ja, warte mal. Wie viel haben wir jetzt mit dem Stein? Genau 30, 30. Schau mal ganz kurz, ob der irgendwas Unnötiges hat. Ob wir lieber Steine mitnehmen. Warte mal, die Pilze? Gibt Pilze? Äh. Ich würde sagen, die drei können vielleicht raus. Nehme ich lieber noch ein paar Steine mit. Weil Harz finden wir eh ohne Ende. Dann müssen wir nicht immer wieder hier hinlaufen. Dann werden wir gleich voll sind. Komm weg mit dir. Deine Kollegen mögen uns nicht, dann mögen wir euch auch nicht. ein bisschen Giftpilze, damit wir vorbereitet sind, wenn wir wieder ins Spinnengebiet gehen. Auch extrem wichtig. Und dann gleich gehen wir mal ohne Marienkäfer los, ja? Weil wir uns ja ein Grasshopper holen oder ein Gecko. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einmal reinschreiben, was wir zuerst schon wollen. Sonst, wenn nicht, werde ich das nächstbeste, werde ich wahrscheinlich erstmal ein Grasshopper holen. Und danach dann ein Gecko. Sonst würde ich das halt in der Reihenfolge machen. Und dann ohne den Wagen können wir einfach vom Baum runterfliegen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Vorm Baum runterfliegen ist bestimmt mega nice. Ich glaube, das ist auch schon unser Baum, ne? Ach, komm. Was wollen die mal von mir? Die haben doch Eger keine Chance mehr. Das Einzige, was sie machen können, meinen Marienkäfer kaputt machen. Das ist das Einzige, was mich immer stört. Okay, gut. Dann gehen wir wo? Den holen wir auch lieber weg. So, komm mal her. Das Schittin kannst du ruhig tragen. Kleiner Mann. Du hast wieder einen Job. Äh, die Pilze. Zack. Schittin einmal. Fett hast du doch auch, oder? Hast du auch Fett dabei? Ja. Sogar das Herz können wir auch nehmen. Ja, wir sind ziemlich voll. Deswegen, jetzt geht's auf den Baum, Leute. Am besten, wenn wir hier durchgehen und dann von da die Wurzel hoch. Was ist das wieder für ekelhafte Geräusche hier? Welche Viecher sind hier schon wieder? Lasst uns einfach in unsere Base gehen. Wir wollen nix mit euch zu tun haben. Wo soweit sieht's gut aus? Ich bin von der falschen Seite. Also für mich wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Aber für unseren guten alten Marienkäfer. Wir müssen einmal durchm rumlaufen. Warum wurde der vorhin freigelassen, der andere? Wir haben hier eigentlich nix ausgewählt, ne? Eigentlich müsste der uns ja folgen. Warum hält es nicht fest? Ich weiß nicht, ob der uns verloren geht, deswegen wir warten. Einmal ganz kurz auf den. Der läuft hier einmal drum rum, ne? Weil ich will nicht hinter Probleme haben, ja? Weil der hat jetzt relativ viel Kram dabei, auch wichtige Sachen. In der Zeit trinke ich mir einen Schluck, Leute. Und wir müssen gleich was essen, Sachen reparieren. Dann erstellen wir diese komischen Suppen und fangen uns ein Grashupfer. Und für den Grashupfer sollten wir dann denke ich mal unten. Ah, da kommt der ja schon. Wie sollt man unten irgendwie so ein kleines Gehege bauen oder so? Kommt der rauf? Hallo? Ja, einmal richtig genau. Nicht, dass der mir runterfällt. dann geht's jetzt in unsere schöne gemütliche Base auf dem Gameplay. Das müsste auch jetzt, ich weiß nicht, ob das schon online ist. Ich glaube, das müsste online sein. Wir haben auf jeden Fall auch, ja doch, ist schon online. was Schönes gebaut. Sehr Schönes. Aber es sieht auch ganz nett aus für den Anfang. Das sieht doch auch schon aber ganz nett aus. Und wir haben die Tür offen gelassen. Wörst du das? So, nächster Release. Du bleibst schön hier, ja? Ich habe immer Angst, dass ich auf den falschen Knochen drücke. Warum sollte man den noch freilassen? Also, alles was mit Ausrüstung zu tun hat, wird erst mal repariert. Erst mal reparieren, was geht. Was mit Ausrüstung zu tun hat, kommt erst mal hier in Flügel, Knochen, Pelze, Kopf, Auch, Stopp, Schittin. Dann ordnen wir das ein bisschen. Zack, zack, zack. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann sollten wir mal den Kramiererfragen, das brauchen wir überhaupt. Verfeilertes Holz und Harz. Kein Problem. Du hast doch Harz. Zack. Wird das auch mal repariert. Dann, hier kommt Rinde, Knoblauch und Harz rein. Alles klar. Hier kommt nur Holz rein. Hier kommt Fasern rein. Und hier Steine, sehr gut. So, da wollte ich ja mal ganz kurz schauen, was wir noch so bauen können. Also, Kessel haben wir. Da schauen wir uns auch gleich nach dem Rezept. Wie gesagt, Gärberei haben wir. Webstuhl haben wir auch. Und die Mühle. Seide, Faser, verfeinertes Holz und Faser-Garn. Das machen wir doch auch mal als nächstes, oder? Die Mühle setzen wir uns auch hin. Fasern, verfeinertes Holz. Zack. Fasern. Hier haben wir doch auch verfeinertes Holz. Haben wir vielleicht Faser-Garn hier drin? Ach, schaut mal. Hier haben wir ja auch noch... Habe ich einfach alle schnell reingeworfen gehabt. Stimmt ja. Äh, warte mal. Ameisenkopf. Wir grillen uns gleich was, weil wir haben auch Hunger. Wo habe ich denn mal die Spinnseide? Habe ich die komplett verbraucht? Nee. Sehr gut. Zum Glück nicht. Und Faser-Garn. Warte mal. Du hast doch auch noch Fasern. Da machen wir uns ganz viel Faser-Garn. Das heißt ganz viel. Wir machen erst mal 10. So, und wenn man jetzt hier so reinkommt, wo sollen wir die Mühle hinstellen? Weil die ist ziemlich groß. Ich würde sagen, wir stellen uns die einfach hier hinten mal hin. Schaut euch das mal an, Leute. Und hier können wir dann aus der Saat Mehl machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir mit dem Mehl anfangen können. Aber, dass wir das haben, ist ja schon mal nice. Hier ist es anscheinend ein kleiner Mikro oder so. Keine Ahnung. Äh, erstmal Ameisenspieße und die hauen wir uns rein. Ich werde für lange nichts Vernünftiges gegessen, Leute. Ich muss kurz schauen. Hier haben wir nichts Neues. Also, Gecko-Leckerei, Bienenkopf, Ameisenkopf, Blütenblatt und Saatenöl können wir machen. Krass-Leckerei können wir auch machen. Und die anderen Sachen, Weltgenuss, Nahrung, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel gut. Weil damit hätten wir einen Kälteschutz. Das wäre zum Beispiel sinnvoll. Im Winter. Kann Kreaturen füttern. Äh, aber welche? Spinneneintopf. Auch Kälteschutz. Knoblauchpudding, Mehl. Alles klar. Kann auch Kreaturen füttern. Nur dafür brauchen wir jetzt Mehl, nur für diesen Pudding. Seltsam. So, wir nehmen jetzt erstmal den Kram hier von dem Kleinen raus. Wir machen hier erstmal die Kisten voll. Also, Honig. Zack. Die Köpfe nun einmal hier. Giftdrüsen, Eier, Wett, Warm. Zack. Dann hauen wir noch, wo sind, haben wir keine Köpfe hier gerade im Inventar? Nee, ne? Ach, hier haben wir nur so eine kleine Kiste. Wir müssen wieder große Kisten machen. Ich sag's ja, Leute, wir brauchen große Kisten. Wo ist der Hammer? Hier. Hauen wir die einfach mal hier hin. Beeren. Pilze haben wir dann einfach mal hier rein. Machen wir hier mal erst mal die ganzen Beeren rein. Und Nektar hauen wir auch hier rein. Blütenblätter kann man auch hier rein hauen. Das ist ja alles so, was für Tränke ist, ne? Was haben wir noch? Saat. Aus der Saat machen wir mal Mehl. Hinten ist unsere Mühle. Das sieht doch wunderschön aus, oder? Wie viel können wir mehr machen? Braucht das alles da? Sechs Mehl. Kommt dann auch mal hier rein. Bisschen Saatenöl. Pilze. Zack. Alles klar. Ja, dann sieht es auch mittlerweile wieder einigermaßen gut aus, Leute. So, was hat der kleine Mann noch im Inventar? Zack, 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 zack. Kriegen wir alles raus? Ja. Sehr gut. So. So. So ein Kälteschutz wäre auch schon mal nicht schlecht, ne? Bam. Was haben wir hier noch? Hier kommen die Berries rein. Ne, das nicht. Zack. Was haben wir hier noch? Bam, bam, bam. Nektar. Nektar haben wir hier drin. Sehr gut. Haben wir auch wieder was für Tränke? Ähm, so. Wie sieht es sonst aus? Das ist alles, was nur für drüben. Und hier müssen wir trotzdem auch mal echt aufrollen, ne? Habe ich auch Insektenfett. Insektenfett, das kann eigentlich alles rüber, ne? Eigentlich auch die Pilze. Egal. Wir machen einmal... Zack, zack. Obwohl, nee, warte mal. Zack. Bam. Drei. Drüsen. Drüsen und Pilze sammeln wir dann drüben. Giftdrüsen. Das Fett. Und die Pilze hatten wir hier, ne? die bären haben wird auch einmal hier sehr gut das sieht doch schon mal vernünftig aus so sollen wir auch mal hier mit dem schittin hatte ich aber nicht noch seiten faden genau seiten faden kann auch mal hier rein ich weiß gar nicht wofür wir den brauchen wo ich mal ganz kurz schauen den hammer auspacken also wir könnten dann oft machen holz haben wir arz haben wir stein ziel können wir herstellen schweres team weiß ich noch nicht wo wir es herbekommen dann gibt es den steinofen er meist auf die seite ofen für die feine küche holz steinziegel auch kein problem ton mötteln können wir wahrscheinlich im hof machen weil die steht hier verändern harter material also zum erschaffen oder verändern harter materialien dienen aber wo können wir schwere schittinja oder kann ich das hier irgendwo machen und habe es noch nicht vorher gesehen verfeinertes saaten öl steinziegel haben wir uns eigentlich schon mal ein steinziegel hergestellt hier müssen wir nichts ich bin mir gar nicht sicher wir schon mal steinziegel hergestellt haben alles haben wir uns auch mal rüber hier ist auch wieder noch alles relativ unordentlich ne stimmt hier war auch noch mal ganz viel kram drin da hin und auch ist genau wie schon gift trank haben wir ja schon saaten öl wenn ich hier was da machen wir uns mal ganz schnell welches mal heilpflaster wohl das reicht ne genau wir können auf jeden fall warte mal guck mal das schittin sperr 20 bis 28 und das hier macht 16 bis 22 ausdauer verbrauch 30 ausdauer verbraucht 25 verbraucht weniger ausdauer das wäre sogar besser seidenfaden ich würde sagen wir machen uns ein schittin sperr und ich den axt die sagt ausgetöten tieren würden noch mehr töten 20 bis 30 das wäre dann unsere stärkste waffe und diesen bogen sollten wir auch machen seidenfaden also wir machen auf jeden fall gleich etwas mit der sense naja die ist ja nicht wirklich stark oder die frau irgendwie viel material aber stark ist sie nicht und verschieden sperr axt und diesen bogen machen wir uns auf jeden fall was eigentlich mit den kolben ich glaube wir brauchen wir nicht auch dem haben die benutzen wir eigentlich auch so gut wie gar nicht ich würde sagen den werden wir nämlich auch hier lagern jetzt machen wir erstmal die saaten öl brauchen wir mal alles ich würde sagen wir machen uns mal feuerfeile wir haben ja einiges an insekten pelz eigentlich so steinziegel machen wir machen ein paar male wenn wir irgendwann brauchen haben wir jetzt auch schon mal erledigt den kommen wir uns rein einmal rein knuspern holz zack obwohl warte mal das können wir gleich gebrauchen dann können wir hier auch diesen garn hier rein packen hier steine ziegel und hier müssen wir auch mal um sortieren das kann ich mal alles so raus nehmen und dann packen wir einmal den hammer hier rein den brauchen wir eigentlich so gut wie kaum feuerstein sperr wir werden uns ja gleich einen besseren machen aber wegen reparatur ist mal das blöde na egal kann weg den bogen nehmen wir auch aus die ballern wir mal hier drauf obwohl das mit diesem enthang das ist schon cool aber es nimmt auch alles wieder viel platz so sollen wir einmal hier wird schon einmal ganz kurz was brauche ich noch mal das braucht schittin und seidenfaden und verfeinertes holz das ist schon wieder voll es ist schon wieder voll leute blätter einmal hier rein bitte auch einfach erstmal hier rein und dann erstellen wir erstmal sperr wir brauchen mehr ach warte mal ich dachte ich habe alles an schittin rausgenommen also den bogen will ich auf jeden fall sperr und axt sehr gut dann haben wir das schon mal jetzt müssen wir wieder sortieren ach es ist so unübersichtlich wieder gerade ist wieder verdammt unübersichtlich warte mal wir haben auch ganz viel material verdrücken dann habe ich den besten überblick ich schaue uns doch einmal ganz kurz erstmal den bogen an okay wir können es dann leider nicht so drehen alles klar wo ist sperr fangen wir auf die zwei ja das sieht schon besser aus muss man schon sagen und die axt wo haben wir die axt alles klar neue ausrüstung auch wenn man jetzt vergleich das schwert ne 16 bis 22 20 bis 33 das ist schon heftiger unterschied ne nur ich weiß nicht ob schwert und axt jetzt denselben schaden machen würden ob das dasselbe zählt wisst ihr was ich meine da habe ich keine ahnung so die können auch rein eier können mal rein ist hier auch wieder richtig voll berries boah wir haben viele berries zack aus den samen machen wir einfach mal mehl dann haben wir eine gewisse anzahl an mehl ich weiß nicht ob wir noch mehr mehl irgendwann brauchen werden aber wir haben es so was haben wir hier nochmal öl fett zack zack nehmen wir nur pilze und arz bis hier kommt das herz rein die machen wir auch mal hier rein sieht das soweit auch schon ganz gut aus ach das haben wir auch noch nicht abgelegt so dann die verbände die werden wir hier auch bewahren so und alles was in der mitte ist das werden wir wieder hier in der base wieder lagern damit wir ordentlich platz haben ja also wir schauen erstmal von oben nach unten holz nichts warte mal hier ist gar kein holz harz sammeln wir auch immer hier drin holz haben wir gar nichts im inventar basern stein ist nichts da hier ist es mittlerweile leer das ist gut feuerstein mal die samen arbeiten das mal zu diesem saaten öl wieder davon brauchen wir auch einiges wieder zack haben wir auch erledigt dann warte mal die blüten die können rüber die brauchen wir hier eigentlich gar nicht und wir müssen auf jeden Fall wieder schittin sammeln wir haben fast gar kein schittin mehr seide bleibt auch hier das fell wollte ich nehmen ich wollte mir feuerpfeile machen stimmt da war ja was feuerpfeile was brauchen wir nochmal für feuerpfeile sind die hier hier sind nur giftpfeile giftblasrohr wie viel schaden macht das denn ok ein schadenunterschied das ist schon ordentlich aber wir haben ja jetzt den neuen bogen deswegen mache ich mir feuerpfeile hartz holz stein hartz holz stein oder was feuerstein gerade feuerpfeile ne zum glück nicht alles klar dann machen wir uns mal einfach welche packen den kram zurück dann haben wir nichts mehr steine zurück so ach genau ich wollte die verbände hier noch oben lassen die werden wir erstmal nicht brauchen haben wir noch so eine kleine backup kiste ähm bam 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 genau das sammeln wir mal hier die blüten dann drüben und dann schauen wir jetzt dass wir uns einmal hier Gekko leckerei machen Bienen kopf Ameisen kopf Saatenöl Bienen kopf Ameisen kopf Saatenöl und Blüten brauchen wir ach ja das ist der hier ich wollte schon sagen wo sind unsere ganzen Blüten hin und wir müssen auch diese Giftpilze braten so Graspferleckerei zack reicht eigentlich einer oder brauchen wir mehr nur richtige Leckerei für jeden Graspfer Bienenkopf wir haben doch noch mehr Bienenköpfe ne wir machen mal von beiden ein bisschen mehr welche wir brauchen wir machen mal 5 davon können wir jetzt keine 5 machen aber das passt schon so zack zack den braten wir uns gleich obwohl wir könnten uns mal so eine Käferherz Suppe machen oder was das nochmal war dann sammeln wir den Kopf mal äh gekochter Giftpilz die verbrauchen wir immer alle weil ich glaube wir brauchen den nur in dieser Form so was wenn wir Giftpilze machen ne dann glaube ich nicht Grublochpudding und sowas machen wir jetzt nicht auch keine Marmelade äh genau wo ist Gift Widerstand Saatenöl und Giftdrüsen Giftdrüsen die haben wir hier Saatenöl haben wir keins mehr hier drüben hier haben wir noch ein paar Samen hier wir müssen ja drüben noch Samen haben dann verarbeiten wir die noch hier nicht aber hier bestimmt ne Insektenfett das können wir aber auch drüben sammeln dann nehmen wir das hier mit bäms was sonst haben wir keine Samen mehr ne scheint nicht so ne so kleiner Widerstand 33% ich würde sagen wir machen das aber direkt den großen machen so viel wie wir können das war's dann auch zack 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 Insektenfett behalte ich erstmal damit braten wir jetzt nämlich gleich warte mal den können wir hier drüben zack äh Heiltränke warte mal Ausdauertrank erstmal 20 30 der ist am besten Blütenblatt Saatenöl gut äh ne hier genau Blütenblatt warm machen wir jetzt auch ganz viele davon machen wir jetzt auch ganz viele davon so viel wie geht alles klar Brombeere kommt dann wieder hier rein zack dann nehmen wir uns den Nektar und machen uns und machen uns gesundheits Elixier und dann haben wir auch schon kein Saatenöl mehr alles was Samen ist bald wieder gesammelt werden Leute so die sammle ich auch erstmal hier drin dann Käferwurst wie viel gibt im Ameisenkopf 30 auch geben alle 30 machen wir jetzt einfach ganz viel Käferwurst Kommt da mal zwei raus? Ja da kommen mal zwei raus Sowas sollte erstmal reichen Ich weiß nicht ob wir die Sachen auch noch später für was anderes brauchen Deswegen will ich das immer ein bisschen aufbewahren und so viel brauchen wir eh nicht das passt so die haben wir weg dann haben wir unsere Tränke unser Essen Perfekt so sieht das doch gut aus Leute so sieht das doch schon viel besser aus so gefällt mir das und wir im Winter wir haben Winter Leute Eigentlich müsste ich mir jetzt so ein Ding machen Warte mal wir machen jetzt einmal dann hauen uns das hier kurz rein die leckere Käferwurst und zwar die Suppe eigentlich Kälteschutz ne Blätter ha 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 Feuer und Spinnkorb machen sie auch mit Spinn im Auge auch ein Kälteschutz aber das wir kommen auch erstmal so klar wir kommen erstmal so klar Leute warte mal was wir zum Inventar haben das gefällt mir wir holen uns mal so einen Ausdauertrank und ah ja genau die Pfeife müssen wir machen ne ganz genau die Pfeife fehlt uns sonst können wir die auch gar nicht äh zwei Fasern fünf Holz fünf Holz und zwei Fasern zack machen jetzt einmal die Pfeife Amps das Trank müssen wir erstmal nicht ausrüsten das ist jetzt nicht so gefährlich da unten ich würde sagen das passt so erstmal und das cool ist dass wir schon die Mühle haben ne schaut euch das mal an das sieht doch schon mal hier ganz nett aus wir müssen auf jeden Fall trotzdem nochmal ein größeres Gebäude bauen und wie versprochen Leute wir werden jetzt runter fliegen jetzt sagen wir machen das einfach mal von hier oben da wäre schon mal ein bisschen spinnfliegen da sollen wir uns Gekko erstmal holen oder hier unten Grashüpfer jetzt die Frage wir haben jetzt bald Nacht auch noch ich würde sagen wir warten kurz auf die Nacht legen uns dann hin und wir haben noch die billigen Pfeile die behalten wir erstmal brauchen wir erstmal auch und dann haben wir Feuerpfeile die ich noch nicht gesehen haben so sieht unser neue Speer aus das ist deutlich stärker und die Schittin Axt ist schon nice muss man echt sagen und wir haben wenigstens wieder ein bisschen Platz im Inventar ne ja allein vom Zugucken wird mir irgendwie kalt ne haben wir denn schon Nacht können wir schon schlafen gehen ja können wir ja anscheinend machen zack ist er wieder aufgestanden holen wir jetzt ne Käferwurst rein dann gehts runter Leute dann fliegen wir runter würde eigentlich mehr Sinn machen wenn wir irgendwo nach weit hinten fliegen oder sollen wir uns erst einen Gekko holen ich würde sagen wir holen uns erst einen Gekko dann können wir auch schön weit fliegen wählen wir einmal Skadi aus wählen wir einmal Skadi aus der bleibt schon hier ich glaube das macht mehr Sinn die Ausdauer einmal auffüllen ups und dann Richtung Skadi Leute also wenn das nicht geil ist und durch den Ausdauertrank haben wir auch relativ viel Ausdauer wir werden aber kurz mal Pause hier auf dem Ast hier machen aber ihr seht auch selbst einmal runterfallen wegen dem Ausdauertrank wir generieren die Ausdauer relativ schnell aber das ist schon geil oder so sind wir viel 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 schneller unterwegs und was ich auch gerne wissen würde was ist jetzt wenn wir nur das Beispiel wir fliegen jetzt hier auf diesen Ast hier oh bin ich zu früh abgesprungen das wäre nicht gut könnte man hier auch eine Base drauf bauen würde das gehen ich habe jetzt leider kein Material dabei um das abzuchecken ich denke es würde auch gehen dann könnte man sich eigentlich so eine Base bauen die man nur per Flug erreichen könnte das wäre schon ziemlich witzig aber wir sind schon direkt am Strand schau mal wie schnell das ging und guck mal mit der Ausdauer so ist das kein Problem also gegen diese Nassung verkämpfen wir jetzt natürlich nicht ne ich hoffe im Winter sind die Gekos überhaupt da ich glaube da hinten ist einer ne nicht umbringen lass unseren Freunden Ruhe ok er hat ihn na Kollege na Kollege ey 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 achso nein jetzt rufen wir den nur ah ok ich verstehe aber wie sehen wir den jetzt ich dachte mit der Pfeife zähme ich den jetzt haben wir unseren Marienkäfer hier unten ja das war eigentlich nicht der Plan warte mal ich habe jetzt ein Stück calling your pet back to your side achso ja hab ich nicht richtig gelesen warum können wir den Gekko jetzt nicht mitnehmen warum können wir den nicht zähmen wie zähmt man den Gekko wenn wir jetzt schon hier sind dann können wir auch ein bisschen Feuerstein mitnehmen ich habe jetzt extra ein bisschen Material gesammelt damit wir uns gleich ein kleines Feuer machen um uns aufzuwärmen dann sammeln wir noch ein bisschen Feuerstein kann auch nicht schaden ich denke dann ist es einfacher den Gras zu zähmen erstmal ne vielleicht haben wir auch zu wenig Essen ich weiß nicht ja das ist jetzt nicht gut dass wir den Marienkäfer hier am Start haben wir versuchen das ganze gleich nochmal bei einem Gekko warte mal ich will jetzt mal die Feuerpfeile ausprobieren ja bleibt doch stehen boah wir haben die aber getroffen die sind schon nice muss man schon sagen Feuerpfeile sind definitiv nice wir schauen mal ob wir noch ein Gekko finden wenn nicht ist auch nicht schlimm dann haben wir halt ein bisschen Gekko Haut gesammelt jetzt muss ich mir irgendwie mal anschauen wie das richtig funktioniert jetzt haben wir halt unseren kleinen Mann dabei ne aber das Gute ist das ist jetzt nicht ein allzu schweres Gebiet für uns außer der fette Käfer der schon weg gelaufen aber wir brauchen noch Schettin egal komm wir snacken den uns wir brauchen Schettin Daneben daneben ups komm her der bleibt nicht an besser für uns sag jetzt nicht das kommt ein Sturm wir müssen uns auch ganz kurz hier was bauen kurzes kleines Lagerfeuer wo ist der Hammer so wir müssen uns wärmen weil ich habe jetzt leider kein Süppchen oder so gebaut ich dachte auch eigentlich wir holen den Gekko jetzt habe ich halt die Pfeife und ich wusste gar nicht dass wir damit habe es mir vorher nicht durchgelesen und ja da haben wir unseren Marienkäfer den wir eigentlich zu Hause lassen wollen dann haben wir den gerufen jetzt muss ich wieder auf den aufpassen also hätte ich einfach ohne Probleme mal rumfliegen können und so wisst ihr was ich meine aber so aber Feuerfalle sind nice die sind auf jeden Fall mega gut aber warte mal der Strand ist ja größer wir gehen nochmal hier rum und suchen ein paar Gekos ich will nen Gekko haben dafür würde ich auch den Marienkäfer zurücklassen mir egal ich muss mir halt einen 9 holen ups der war zu hoch ich dachte der läuft noch weiter macht der auch weiter Schaden dieses Feuer sieht irgendwie nicht so aus ne oder geht das nur bei bestimmten uh ne Libelle warte mal Blue kommt schön zu mir waps ah direkt tot Flügel alles klar dann sammeln wir ein bisschen dann würde ich sagen holen wir uns halt dann wenn wir jetzt keinen Gekko bekommen sollten werden wir uns auf jeden Fall wenigstens in Graswipfer holen und dann gehe ich ins Spinnengebiet weil ich weiß sonst nicht wie ich sonst noch bessere Ausrüstung bekomme da können wir den auch fangen Töl... Töl... Tölpel? was? was ist das für ein... was ist ein Tölpel? jetzt haben wir keinen Hammer oder so der hält irgendwie ein bisschen mehr aus der hält irgendwie ein bisschen mehr aus ist der irgendwie besonders alles klar okay das ist auf jeden Fall kein normaler was haben wir bekommen? Tölpel braten okay der war schon ein bisschen robust ne ich wusste gar nicht dass es so einen gibt was haben wir noch von dem bekommen? Tölpel Oberschenkelknochen bewahr ich erstmal auf scheint irgendwie wertvoll zu sein weil der hat schon einiges ausgehalten dafür dass er hier im Strand ist ne ich dachte das ist so ein Nacht... Nachtgraswipfer wisst ihr was ich meine? weil die sind ja eigentlich easy wir haben jetzt eigentlich hier unser starke Speer und die starke Axt und der hat das ziemlich gut weggesteckt muss ich schon sagen und wir reparieren das ganze einmal äh... also mit dem Inventar manchmal wird das immer ganz komisch aufgeteilt ich hab kein Harz weil wenn wir das immer relativ früh reparieren dann kostet uns das sehr wenig Material oder eher gesagt so gut wie gar nichts so brauchen wir dann halt die teuren Materialien nach der Zeit ne Digga wir gehen mal hier am Strand entlang nimm ein bisschen Rinde mit... ah warte Mike hier haben wir doch einen guten alten... Gekaroni zack 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 aber die kriegen irgendwie keinen Feuerschaden ne? ich kann den immer noch nicht zähmen ich kann den immer noch nicht zähmen irgendwie geht das nicht ne? woher muss ich den den ganze Zeit mit einem Knüppel schlagen was willst du da oben? der hat mich so komisch angeguckt ah ne falsche Axt eigentlich wollte ich hier nix aber der hat mich komisch angeguckt Leute ihr könnt das beweisen ach guck mal ich hab das ja auf den Boden geschlagen ihr könnt das beweisen okay dann sammeln wir einen Feuerstein Leute dafür haben wir ein bisschen Gekko Haut ich weiß nicht warum wir die nicht fangen können ich denke wir müssen das wahrscheinlich mit einem Knüppel machen den ganzen Knüppel auf den Kopf schlagen oder brauchen wir mehr Futter aber wir haben ja das Gekko Futter eigentlich da wurde auch nichts angezeigt von wegen zähmen bei den Grashilfen ich weiß nicht ist das immer da äh warte mal essen wo ist die Wurst hier aber die Bienen russen schon heftig die ist schon verdammt nice ah warte mal Inventar ist voll du nimmst mal ein bisschen Kram für uns mit Saaten ja ne warte mal so ja die Rinde kann er auch mitnehmen hinter vorbei so schnell dann liegt es daran dass wir im Strand sind dass hier nicht so krasser Schneefall ist das wäre echt seltsam Rinde können wir auch mitnehmen hier haben wir viele Rinde mit Rinde können wir bestimmt auch das ein oder andere anfangen zack 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 wieso wir machen schon das Inventar vor Leute da hinten ist wieder ein Gekko Eigentlich würde ich ihn gerne fangen Oder müssen wir den Marienkäfer freilassen Dann können wir den Gekken fangen Können wir nicht mehrere Tiere gleichzeitig haben Kann das auch sein Aber der hat jetzt Kram von uns Ich weiß, ich muss das irgendwann mal austesten Ich weiß es nicht Ich teste das lieber mit einem Grashüpfer Bei einem Grashüpfer Weil ich auf jeden Fall stehe das direkt dran Dass wir den Fangen können Aber hier Komischerweise nicht Und wir brauchen Harz Weil sonst können wir hier nicht Unser Werkzeug reparieren Warte mal Wer mir Ausdauertrank Dann gönnen wir uns den auch Äh wo ist der? Ah hier Wenn schon denn schon Leute Zack Zack Und zack Und sammeln wir halt ein bisschen Kram hier Dann haben wir Feuerstein ohne Ende Dann haben wir das Problem nicht mehr Da können wir immer schön das gute Werkzeug benutzen Und können dann demnächst ins Spinnnest gehen Und gegen die Albino Spinne mal kämpfen Aber das ist auch ein Gekko Die haut nämlich trotzdem mal gerne mit Aber wo kriegen wir schweres Chitin? Das würde ich auch gerne mal wissen Ich denke nächstes Ziel ist echt die Äh Albino Spinne Mit der Ausrüstung Können wir die schaffen Ich denke mal ja oder Ich würde trotzdem gerne ein bisschen Harz haben Weil wir sonst Warum kann ich dich nicht Zähmen Das stört mich irgendwie Alles klar ist beschädigt Und dann macht das auch keinen Sinn Hier weiter unten zu gammeln Machen wir uns langsam auch den Weg nach Hause Warte mal Das ist eine andere Libelle ne? Kommst du mal her Komm mal zu mir Sieht ganz interessant aus Hat der was anderes? Droppt der irgendwas anderes? Ach, schau dich hier mal an Irgendwie können wir die nicht zähmen Keine Ahnung Da nehme ich halt gerne das Material von dem mit Und dann geht's ab zurück zur Base Verstehen sollte auch genug sein Ja So viel brauchen wir gar nicht Aber wir brauchen Chitin Besonders auch für unsere neuen Waffen jetzt Und reparieren und so Und auch für unsere Rüstung Der neue Bogen ist auf jeden Fall auch echt knackig Nein Zu früh Also der haut aber rein Der sperr ne Und sperr haut schon gut rein So und dann geht's jetzt erstmal zurück Oh warte mal Noch ein Gekko Den hab ich gut erwischt Den jetzt leider nicht Brahm Brahm und zack Hauen wir jetzt halt noch Verband rein In den Wurst gun Ich glaub sonst gibt es hier am Strand nicht wirklich Was interessantes außer Rinde und Feuerstein So den holen wir uns auch noch Wegen Chitin Ihr wisst Bescheid Okay den hab ich nicht bekommen Egal dann lassen wir den Obwohl wir müssen da auch hoch Wir müssen so oder so an dem vorbei Boah die haben aber gut Leben ne Zu ekelhaft ne Käfer Ups So Easy peasy Leute Gibt es da oben was auf dem Tisch Ist da irgendwas interessantes Ich glaube nicht Ne wenn dann höchstens eine Schwabe oder so wieder Giftpilze nehmen wir jetzt erstmal nicht mit Ich denke er sollte soweit passen Erstmal Hier ist zu kalt Jetzt fängt das wieder an Ach Ich verdrückte mich die ganze Zeit Zack Warte mal Giftrüse brauchen wir Wir müssen ihm mal wieder was geben Und zwar kannst du Fett nehmen Kannst du den Stachel nehmen Das hier Und wir nehmen Die Grüse mit Und ausdauere schon wieder Ja Brauch ich schon wieder den Trank Ach Ich bin so blind ne Ich bin einfach so verdammt blind Uiuiuiui Das war jetzt ein bisschen spontan So sehr gut Brauchen wir uns halt noch ein Verband rein Safe is safe Safe is safe Leute Wir müssen irgendwie gucken Wenigstens ein Grashoppaar Ich hätte jetzt echt gedacht Wir können Gecko tame Aber das wurde leider nichts So warte Da muss man wieder was sammeln Für uns Hätt das hier Feuerstein Haben wir ein Stack nur Naja egal Wird schon passen Aber wir brauchen noch wieder Samen Für Saatenöl Hätte ich nicht gedacht Dass wir die mal brauchen werden Und da oben haben wir Harz Dann machen wir So ein bisschen Reparation Für unsere Rüstung Zack 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 Wollen wir uns Bamsen So Wo haben wir den Hammer Hier Bams Jetzt geht es endlich Können wir den hier hinsetzen Oh warte mal Da haben wir es Was fehlt uns hier denn Nein Das war jetzt Ach hör darauf Deswegen Ich muss mir auf jeden Fall In Zukunft Mehrere kleine Lager bauen Wo ich dann auch Diverse Bergbanken habe Oder so Zack So Wir brauchen Nektar Und Samen Deswegen Das passt Blüten brauchen wir So oder so Auch immer Für Tränke Dann wurde halt Ein bisschen gesammelt Mussten wir Früher oder später So oder so Machen So Ameisenköpfe Brauchen wir auch Dann sammeln wir mal Bei dir Ich bügel Das hier Zack Zack Ah ne Zwei Stacks Haben wir Die Rinde Kann auch bei dir rein Ja Machen die dann Erstmal voll Die ganzen Sachen Weil er macht Das keinen Sinn Dann wird halt Gesammelt Wir brauchen Trotzdem auch Wieder Einiges Am Faser Ne Besonders wenn wir So Faser Garn machen Ne Warte mal Ich schalte mal Die Biene Von der Karte aus Das irritiert Irgendwie ein bisschen Können wir die auch Ausschalten Ne Die bleiben glaube ich Immer an Alles klar Wir müssen mal Uns ein Lagerfeuer machen Sonst Wird's kritisch Wir können noch Erfrieren Leute Und das wollen wir nicht Das will ich Definitiv nicht Zack Brems Und Mond Ist immer gut Leute Deine brauche ich Zum Glück Erstmal nicht Davon haben wir Genug glaube ich Aber warum kommt die Körner auf den Server Ich weiß Die ist nicht Leute Server ist Offen Das wäre schon Lustig wenn Hier mehrere Leute Sind Jeder hat seinen eigenen Baum Seine Base Sieht andere Leute rumlaufen Das wäre schon Cool Aber irgendwie Keine Ahnung Dann spielen wir halt Solo Boah Darf ich weggeholt Ah 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 Ich will nicht Mein Eigenen Marienkäfer Angreifen Das passiert mir nicht Nochmal Warte mal Du kannst mal Die Gekko Haut Und so tragen Warte Wo haben wir die Hä Ah hier Nehmen wir Fels mit Ah So Das ganze Stack können wir Auch wieder sammeln Dann geht's Weiter Da sind Wieder Bienen Oh Warte Bären Hier sind Bären Was können wir Denn noch Geben Feuerstein Ah ne Gar nichts mehr Doch Wir können Feuerstein Machen Warte mal Die Eier Die können doch Raus Oder Was ist Was ist hier Unnötig Ein Stachel Äh Das Fett Ne Eigentlich würde ich gerne Alles bei Dann werfen wir die Eier aus Weil das nicht so viel Ist Machen wir noch ein Stack von den Samen Ein Knoblauchblätter Wir sind aber Komplett voll Also wirklich Voller als voll sind wir Warte mal Die braucht wir gar nicht mehr Ich würde schon gerne Die Bären haben Die Stachel Lassen wir halt liegen Biegen können wir Immer ohne Probleme Farmen Leute Wir haben keine Fackel Fällt mir gerade So auf Ich würde sagen So ein Winter Ist es eigentlich Okay Da sieht es nicht so Dunkel aus Weil der Boden So weiß ist Kann man eigentlich Relativ viel Erkennen So die nehmen wir uns Auch mit Die Erdbeer So wo ist unser Baum Also ich würde sagen Wir müssen es jetzt Echt auf den Weg Machen Weil wir haben Eher keinen Platz Mit dem Inventar Wir haben wieder Komplett Beute gemacht Leute Und dann würde ich Sagen Bauen wir uns mal Gleich Ach wohl Grashüpfer Warte mal Wir lagern erstmal Die Sachen oben Gucken dann nach Im Grashüpfer Obwohl es ist eh Nacht Aber Äh Äh Lasst mein Loot in Ruhe Ganz ruhig Ganz ruhig Nein Nein Lauf nicht Lauf doch nicht In den Ernsthaft Wo ist der jetzt Lebt er noch Hier läuft er mir Eiskalt In den Gegner rein Also wenn jetzt Der Loot weg ist Dann raste ich aus Wo ist der Warte ich mal Hier mit dem mal Du bleibst jetzt mal Schön hier in Ruhe Und ich sehe Wir haben hier wieder Was nettes Warte mal Hat er nicht Köpfe Äh Was werfen wir raus Weil ich sehe Da nehme ich was nettes Warte mal Stachel Egal Einen Stachel Der kann weg Die Beeren Die nehmen wir mit Ah nein Warte mal Das müssen wir anders machen So Die nehme ich doch Safe mit Leute Apropos Zack Dann können wir nämlich Uns auch wieder Einen Trank machen Einfach hier mal Ganz kurz Unsere Ausrüstung Damit das später Nicht so teuer wird In der dem Ersetzen würde Hier seht ihr Kostet gerade gar nichts Weil das nicht so Stark beschädigt ist Aber sonst kostet Uns das ganze Seil und so Das ist Spannend Hat am teuer Ist das unser Baum Ja Sehr gut Home sweet home So wo ist der Da So noch ein bisschen Cheatine Warum nicht Okay den haben wir Wieder gut getroffen Und Zack Weg mit dem Cheatine Ist immer gut So So Haben wir genug Saaten eigentlich Ich glaube ja Für den Moment Würde ich sagen Ja Ich sehe jetzt hier Auch keinen Grashüpfer Deswegen wir müssen Den jetzt erstmal hoch Alles ablegen Und dann gehen wir Runter uns Den Grashüpfer Wenigstens zähmen Wenigstens das Ach das ist wieder Da hinten Jetzt müssen wir So eine komische Runde laufen Bin ich leider An der falschen Stelle hoch Jetzt sollten wir Irgendwie so eine Treppe Nach oben Mal bauen Also So einen Einfacheren Weg Okay Der muss Ehe Erstmal kommen Nein Nix öffentlich Zum Aufzug Rufen Mein Freund Den Aufzug Können wir Auf dem Feuer Ansetzen Um uns Kurz mal Zu wärmen Um Der Marienkäfer Müssen wir Ehe warten Die Bienenrüstung Ist geil Ich liebe die Leute Bienenrüstung Ist richtig Sieht doch Richtig cool Aus Okay Der ist da Jetzt müssen wir Nur noch Auf Unserem Bro warten Und da ist Er auch So Nein Ah Das will ich Sieht schon Nice aus Oder Was meint ihr Leute Rüstung Sieht auch Richtig Lecker aus Mittlerweile Oh ja So Und jetzt Alles ablegen Jetzt wissen wir Die Pfeife Diese Um den Jetzt zu rufen Die lassen wir Hier Und du bleibst Hier Ich lasse Wir auch nicht Frei Und jetzt Schauen wir Erstmal Was wir Hier so Ablegen Können Ja So Hartz Hier Sammels Eigentlich Dumm Machen wir Erdbeeren Die Brombeeren Komm auch rein Den guten Nektar Köpfe Haben wir Glaube ich Auch hier Jetzt haben wir Noch was Mal Blüten Bam Bam Haben wir Auch wieder Ordentlich Äh Bam Mal gucken Immer so Ein bisschen Sortieren Damit ich weiß Nur Was unten Ist Kommt Weg Oben Ist mein Normaler Kram Also Hier Sammeln wir Noch die Giftrüsen Soweit ich Weiß Äh Fett Auch Honig Auch Die Herzen Auch Saaten Nicht Gut Das können wir Dann Alles So Lassen Glaube Ich Sieht Richtig Aus So Was können wir Sammeln Zack Dann Einmal Harz Äh Habe ich Habe ich Das Wieder Reingepackt Ja War Irgendwie Klar Dass Mir Das Passiert Holz Hasern Stein Haben wir Nix Außer Feuerstein Ich würde sagen Wir sammeln Stein Und Feuerstein Im selben Dingen Weil sonst Wird das Alles unten Einfach Zu Voll Man Kann Immer Mal So Stack Unten Lassen Und So Aber Das Ist Viel Zu Viel Können wir Immer So Machen Auch Mit Rinde Nehmen Wir Das Nämlich Auch Raus Genau Mit Den Blättern Sonst Wird Das Alles Einfach Zu Viel Apropos Holz Dann Können Wir Nämlich Einmal Was Was Brauchen Wir Noch Arz Phasen Feuerstein Ja Super Hat Der Doch Aber Bisschen Ne Hartz Nicht Aber Fasern Und Sowas Fasern Saaten Haut Rinde Nehmen Wir Auch Mit Holz Holz Über Was Wer Bist Du Ist Doch Ein Online Spieler Gekommen Boah Ich Hab Mich Gerade Voll Erschrocken Leute Ich Hab Mich Gerade Komplett Erschrocken Kein Bock Dass Mir Irgendwas Kaputt Macht Der Hat Aber Schon Heftige Rüstung Es Gibt Leute Die Kommen Um Leute Kaputt Zu Machen Ne Ne Der Kommt Hier Nicht Rein Kann Immer Ganz Schön Vergessen Erschrocken Ich Habe Mich Gerade Echt Erschrocken So Feuerstein Und Genau Hier Unten Kommen Die ganzen Flügel Neue Flügel Ich Weiß Nicht Was Die Bringen Knochen Haben wir Nicht Knochen Noch Kann Auch Mein Marienkäfer Leermachen Eigentlich Ich Habe Der Sachen Geklaut Ne Ich Ob Das Auch Weg Ich Glaub Wir Waren Da Nicht Noch Ein paar Sachen Drinnen Ja Das Sind Spieler Die Kommen Halt Nur Um Irgendwas Weg Zu Klauen Und Weg Zu Werfen Der Hat Doch Noch Ein paar Sachen Im Inventar Gehabt Zum Glück Habe Ich Zugemacht Ja Ja So Leute Gibt Es Auch Ne Da War Auf Irgendwas Am Material Drinnen Leute Ich Weiß Jetzt Gerade Nicht Mehr Was Aber Da Was Was Drinnen Zu 100 Prozent Naja Egal Ist Dann Halt So Vielleicht So Vielleicht So 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 Zum Glück Aller Wenigst Nicht Unser Ding Hier Kaputt Machen Ach Wie Ist Er So Schnell Hier Hoch Gekommen Hätte So Schnell Geschafft Wurst Reinhauen Genau Die Knochen Dann Einmal Auch Hier Hin Zack Was Haben Wir Denn Hier Noch Nettes Was Wir Hier Noch Ablegen Können Also Ich Wollte Ja Reparieren Gerade Ich Glaub Da Fehlt Mir Aber Nur Noch Harz Harz Feuerstein Machen Wir Mal Hier Kucken Harz Auch raus Dann Machen Wir Einfach So ein Stack So Dann Kann Man Das Nämlich Auch Sammeln Machen Wir Das Einmal So Ein Bisschen Schicker Das Kann Da Auch Hin Dann Saat Ne Warte Mal Falsch Ich Mach Einmal Saatenöl Wieder Ganz Viel Irgendwas Hat Er Mir Aus dem Cave Raus Genommen Und Dann Abgehauen Ich Weiß Nicht Was Er War Auch Ganz Schnell Wieder Weg Er War Wahrscheinlich Schnell Wieder Weg Weil Er Mir Einfach Nur Irgendwas Abziehen Wollte So Schettin Rinde Holz Jetzt sagen wir Wir machen Einmal Und Ein bisschen Befeiertes Holz Zack Zack Das Das Haben wir Wir Auch Wieder Hier Knoblauchblätter Rinde Holz Holz Ja Ja Wir sind Wieder Richtig Gut Ausgerüstet Auch Was Feuerstein Und So Angeht Aber Warte Mal Wir Machen Die Einmal Voll Das Was Haben wir Hier Nochmal Drinnen Ganz Normal Kram Alles Klar Wups Feuerstein Auch Einmal Hier Lassen Hier Kommen Dann Schettin Rein Also Flügel Haben wir Auch Ganz Viele Das Sieht Auch Ganz Gut Aus Und Insekten Pelz Einmal Zack Ne Das Wollte Ich Nicht Machen So So Die Pfeife Brauchen Wir Eigentlich Gar Nicht Die Lassen Wir Hier So Dann Ist Unser Inventar Auch Wieder Befreit Feuerfeil Haben Wir Noch 25 So Jetzt Ist Die Frage Wir Haben Alles Repariert Gras Wir Gehen Jetzt Einfach Runter Schauen Mal Was Der Gras Und So Zu Erzählen Hat Gönnen Ausdauertrank Damit Wir Easy Runter Fliegen Können Ich hoffe Die Sind Auch Im Winter Über Auffindbar Leute Natürlich Ein paar Hauen Wir Auch Wieder Weg Für Schittin Aber Ich Will Jetzt Gerne Eigentlich Einen Bass Hüpfer Haben Hallo Und Und Den Zähmen Und Sonsten Bleibt Uns Nur Üblich Ins Spinnengebid Zu Gehen Ach Meine Bros Meine Bienen Bros Euch Kann Ich Auch Einmal Mit Nehmen Warte Ich Brauche Wieder Samen Für Dieses Saatöl Wir Sammeln Einfach Ein Bisschen Und Schauen Nebenbei Nach dem Gras Hüffel Aus Und Dann So Wir Beide Unbedingt Die Base Erweitern Das Sollten Wir Auf Jeden Fall Machen Zum Sammeln Haben Wir Eigentlich Einen Richtig Gute Spot Um Unser Baum Rum Erdbeeren Warte Wann Haben Wir Mittag Erdbeeren Möchte Ich Aber Gerne Sammeln Ach Jetzt Kommt Er Mir Noch In dem Weg Ich Sammle Das Auch Mal Damit Wir Uns Gleich Immer Zwischendurch Die Rüstung Reprieren Wenn Wir Keine Gute Spinnenseite Verbrauchen Müssen Wach Rindern Wir Auf Wir Könnten Demnächst Uns Auf Jeden Fall Ein Holz Base Bauen Würde Ich Sagen Wir Wären Auch Wieder Ein paar Samen Würde Ich Sagen Stress Stress Vorbei Wo Sind Die Grashüpfer Wo Sind Die ganzen Grashüpfer Sonst Habe Ich Immer Jedes Mal Welche Gesehen Ah Da Sehr Gut Warte Mal Erstmal Die Aus dem Weg Hier Damit Ihr Uns Nicht Nervt So Mein Freund Warte Warte Ich Will Jetzt Nicht Weg Umhauen Ich Glaub Wir Können Ein Tier Zähmen Oder Deswegen Wir Müssen Mal Hier Verlust Lassen Gut Bye Sagen Glaub Es Liegt Eher Daran Dann Müssen Wir Jetzt Gleich Hoch Deswegen Konnte Kein Gecko Nehmen Aber Was Dann Besser Gecko Oder Gras Hüpfer Also Kann Ich Ganz Schnell Mir Eine Heifer Hersteller Und Den Runter Rufen Pet Whistle Holz Brauchen Wir Ne Da Sind Bären Aber Die Sammle Ich Auch Gerne Einmal Alles Klar Das Heißt Man Kann Leider Nur Ein Tier Haben Ganz Schnell Holz Jetzt Sind Hier Auf Einmal Viele Alles Gut Dann Können Ich Gleich Ausprobieren So Dann Her Damit Was Du Verbein Kann Weg So Du Bist Frei Mein Freund Du Kommst Jetzt Gleich In Mein Team Alter Geil Boah Was Schaut Euch Das Mal Leute Und Doch Mit Aber Wir Können Den Leider Nichts Geben Ich Glaube Gecko Macht Aber Mehr Ich Gebt Mehr sind Ich Gebt Ich Glaube Wir Hohlen Unser Lieber Gecko Was Meint Ihr So Wir Machen Es Erstmal Ein Lagerfeuer Dann Springen Wir Mit Den Bis Zum Strand Gecko Schade Dass Man Nicht Mehr Haben Kann Weil Marien Was Trotzdem Ganz Gut Zum Sammeln Vielleicht Mal Kurze Sachen Raus Die Ich Brauche Saaten Brauche Ich Schon Davon Haben Wir Genug Davon Haben Wir Auch Mehr Als Genug Stachel Ja Gut Ich Glaube Er Mag Uns Ich Von Den Aus Angreifen Von Oben Wir Machen Das Mal Auf Weg So Skadi Ist Schon Cool Muss Man Schon Sagen Alter Ist Geil Schaut Uns Mal An Leute Warte Mal Da Muss Ein Screenshot Ja Das Nicht Geil Aussieht Das Sieht Schon Mies Cool Aus Nur Wenn Es Im Kampf Kommt Ist Glaube Ich Nicht So Gut Ne Können Eigentlich Ja Auch Hier Rüber Oder Schon Stabil Der Schon Richtig Stabil Der Gute Und Je mehr Ausdauer Er hat Umso Weiter Keine Springen Der Schon Geil Aber Ich Habe Ein Gefühl Dass Geico Geico Besser Ist Zock Und Schon Schon Wir Wieder Weg Und Da Ist Einer Eingesperrt Einer Von Deinen Bros Mal Ganz Kurz Schauen Was Der Hier Eigentlich Schon Mal Für Eine Rüstung Machen Konnte Also 3 3 Was Haben Wir 3 5 Also Was Wir Haben Ist Auf Fliegen 3 3 Wieder Schon Gegen Klingenschaden Söldner Und Was Hier Mit Hier Ist Sehr Viel Kälte Schutz Einfach Nur Ist Ganz Nett Aber Man Kann Sich Dann Halt Diese Tränke Machen Und Sowas Wir Gehen Mal Runter Zum Strand Und Oh Nein Wir Hängen Fest Und Holen Uns Einfach Geico Ich Denken Geico Ist Nochmal Ein Bisschen Besser Warte Mal Wenn Von Hier Spring Stirbt Er Nein Der Kriege Auch Keinen Schaden Wir Suchen Uns Jetzt Einen Guten Alten Geico Wenn Wir Ausdauertrink Trinken Wirkt Das Auch Für Den Schau Mal Ne Jetzt Brauche Ich Eigentlich Nur Noch Einen Geico Und Da Ist Er Auch Schon Wo ist Mein Gras Nein 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 Sehr gut Jetzt Haben wir Ein Geico Ist Ist Er So Viel Besser Kämpfen Kann Er Nicht Er Kann Wenigstens Spring Der Gras Hüpfer Warte Mal Was Ist Das Besondere An Den Oder Kämpft Damit Oder Können Wir Wenigst Hoch Laufen Im Geico Das Ding Ist Der Kann Nicht Mal Springen Irgendwie Bin Ich Gar Vom Geico Enttäuscht Bin Ich Doch Lieber Ein Gras Hüpfer Wir Müssen Mal Gucken Ob Der Kämpft Kämpft Er Okay Er Kämpft Wenigstens Alles Klar Dann Nehmen Wir Den Gecko Müssen Aufpassen Dass Er Uns Nicht Weg Störbt Weil Den Kampf Gefährten Der Macht Auch Relativ Gut Schaden Dann Nehmen Wir Den Gecko Keine Frage Leute Wir Müssen Jetzt Erst Mal Gucken Dass Wir Den Das Safe Aus Bekommen Und Dass Wir Ihn Vor Allem Nicht Treffen Schaden Schaden Wir Den Auch So Taschen Aufsetzen Können Oder Sonne Das Wird Richtig Cool Leider Geht Das Nicht Komm Einmal Nochmal Machen Wir Uns Noch Die Wurst Geht So Genau Ich will Noch Einmal Ganz Kurz Reparieren Bevor Das Alles Wieder Teuer Wird Mal Welchen Welchen Zack Schauen wir Das Einfach Schnell Weck An Bienen Auch Ich hoffe Die Lassen Uns In Frieden Okay Heute Sind Die Auf Bro Modus Suchen Einfach Mal Schnell Hier Abzuhauen Bei Den Würde Ich Gerne Mit Nehmen Zu Den Spinnen Was Haben Wir Eigentlich Im Inventar Irgendwas Wichtiges Oder Sollen Wir Direkt Mit Den Zu Den Spinnen Gehen Du Bleibst Bitte Weg Ich Glaub Mit Dem Werden Wir Zu Den Spinnen Gehen Nicht So Frech Hier Nein Ich Blicke Gar nicht Durch Wo ist Der Gecko Gecko Ich Ich wünsche Das Darauf geht Geht Kein interesse Seuter Aber Der Hält Auf jeden fall Anscheinend Ein Bisschen Mehr Aus Da Schon Mal Ganz Gut wieso kampfmission ist auf jeden fall gecko gut aber schade echt dass man nicht von jeder sorte wenigstens ein haben kann dass man jetzt keine tausende tiere haben kann kann ich verstehen die machen trotzdem auch gut schaden er wird mir auf jeden fall im spinngebiet definitiv weg sterben deswegen werde ich das nämlich so machen der muss in den baum ich fliege ins spinngebiet rein und werde ihn damit meiner pfeife rufen das wird das sicherste sein weil sonst wird er mir nur weg sterben es wird dagegen schwarze witwe vergiftet ihn und dann ist vorbei dann ist es auch schon vorbei sobald ich direkt beim big boss bin da kann man ihn gerne rufen aber ansonsten macht es wenig sinn die glühwärmchen sind echt besüß und tschüss leute kein interesse können ja in manchen ruhe lassen es wird die frage sind wir auf der richtigen seite oder was man ich gehe noch mal auf ihn drauf wir müssen von hier das ding ist der gute kann leider nicht springen ok da kommen wir wenigstens hier hoch immerhin das wäre nachtgras hüpfer ok manchen orten kommt er trotzdem nicht so gut hoch ne er ist echt ein bisschen schleppend unterwegs aber für den kampf ist er schon denke ich mal ganz gut weißt du welche tiere wir vielleicht noch tamen können aber marienkäfer zu sammeln das blöde ist halt immer dies hin und her gewechselt dann ne das ist das einzige wo ich sage oh nicht sterben was mir nicht so gefällt so müssen wir uns immer auf nur einen entscheiden das heißt wenn ich dann doch sage oh mein inventar ist voll da muss ich mir einen marienkäfer zähmen da muss ich erstmal noch den beutel dabei haben sonst geht das so oder so nicht und da muss ich auch erstmal einen finden das sind viele nachteile und warum kommen wir hier nicht hoch wo ist der zeppelin ich sehe nirgendwo den zeppelin warte mal wir gehen jetzt einfach mal hier hoch wo ist der verdammte zeppelin auf einmal ich muss mir auch ein lagerfeuer machen ah hier wir sind richtig jetzt ganz schnell wo ist der hammer das war knapp hallo aufwärmen das war knapp leute ohne momente ich bin sofort wieder da wir lassen den erstmal aufwärmen den guten mann so ich würde sagen das reicht oben können wir den rest open lassen jetzt habe ich den hammer fast nicht gefunden das wäre fast mein verhängnis gewesen ach quatsch wir hätten ja erstmal noch den zeppelin holen müssen in der zeit wehren wir uns weiter auf kommt der ja so rauch da können wir auch so mit ihm reden alles klar und den wie gesagt lassen wir dann in der base fliegen bis zum spinnen kram da wir rüsten uns vorher aus mit äh genug feuerpfeilen tränke äh gegengift tränke und so das sollte dann passen der hat endlich auch volles leben so du kannst hier schön am feuer chillen nächster release du bleibst hier so dann schauen wir mal wir haben wieder viele zu viele haben durcheinander im inventar Bienenköpfe Haarfaser nehme ich mit ein stack auf jeden fall jeweils so damit wir uns nämlich äh auch zur not was reparieren können und so oder ein lagerfeuer bauen falls wir uns brauchen äh moment mal zack dann nehmen wir uns ein stack vom harz auch mit ein werksel kommen wir schön hier oben hin steinauts haben wir nicht gesammelt ne 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 nehm ich mal das gegengift hier mit äh ich denke da sollten wir so aushalten eigentlich oder für einen großen kampf sollte das alles reichen so erstmal hier alles ein bisschen ordnen tränke ausdauertrank was zu essen müssen wir auf jeden fall mitnehmen die hauen wir uns dann auch rein wir haben doch schon auch fertige ausdauertränke oder warte mal gift tränke haben wir ausdauertränke können wir einmal auffüllen dann können wir das demnächst mal herstellen oh nicht wie verbände haben wir zwei gut da sollten wir auf jeden fall uns mal acht machen obwohl wir machen lieber zwei stacks ich glaube das ist ein bisschen sicherer ähm Würstchen einmal rausnehmen das fett kommt auch hier rein die köpfe können rein die hier nachher muss ich woanders sammeln saaten ne äh das fleisch krass wie leckerli ja ich weiß es nicht ich glaube ein krass weil wir erstmal nicht tamen das macht erstmal nicht so sinn ausdauer bam 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 das sieht schon mal gut aus äh bam kommt auch hier rein genau feile warte mal feuerfeile äh bam bam feuerfeile da brauchen wir nochmal steine stinknormale steine aber ich glaube nicht dass giftpfeile wirken werden kann ich mir nicht vorstellen äh wir nehmen die erstmal hier raus damit wir auch sehen wie viel wir dann haben 85 ich glaube das sollte reichen oder oder machen wir 100 voll ach egal 85 reichen würde ich sagen zack machen wir uns noch die hier hab ich ja gesagt so was haben wir noch einfach verbanden so brauchen wir nicht wir machen nochmal komplett saatenöl machen holzbretter das ist jetzt alles pure vorbereitung leute so die flöte die brauchen wir jetzt nicht unbedingt würde ich sagen zack die kommen hier rein die packe ich jetzt gleich weg so wie gesagt ein steak werde ich mir mitnehmen jeweils als ich mir einen notunterschluss bauen muss oder so ne man weiß ja nie leute zack steine brauche ich auch steine soll ich steine mitnehmen ich nehme sie mal obwohl warte mal rinde gibt es da ja schon einiges ich würde sagen wir machen das dann so die können zurück gibt es eigentlich Sätzlinge wir können da eigentlich genug Material sammeln ich würde sagen so passt das Gegengift Ausdauer Heiltrank zwei Stacks davon Pfeife muss weg dann holen wir den Trank hier erstmal lieber rein Pfeife kommt da hin ich glaube zwei Tränke lassen wir hier das sieht gut aus Leute das sieht verdammt gut aus bessere Wissung kann ich mir erstmal nicht machen alles klar ah ne warte mal Pfeife müssen wir mitnehmen um den ja zu rufen das wäre jetzt fast schief gegangen so dann machen wir uns jetzt auf den Weg bauen uns einen Ausdauertrank rein und fliegen dann direkt los Leute ich hoffe wir kriegen das hin wir können auf jeden Fall noch ein bisschen Spinnseide mitnehmen so dann fliegen wir von hier oben los wir müssen genau da rein was ich glaube ich sehe ne aber wenn man sich das Gebiet hier so anschaut ne da hinten ist Insel wir sind anscheinend auf irgendeiner Insel seltsam auf jeden Fall seid ihr bereit zum Fliegen das sieht auch cool aus das wäre auch mal ein Thumbnail wert wir fliegen los das sollten wir ohne Probleme hinkriegen wir könnten zur Not ah ja genau ich wollte einmal ganz kurz testen was ich ja gesagt hatte und zwar sagen wir mal wir landen jetzt hier könnte man hier rein theoretisch bauen Foundation setzen man könnte Foundation setzen man könnte sich also mehrere kleine Base-Spots bauen Leute das ist cool in den Bäumen wo eigentlich keiner hinkommt außer mit Flügeln das heißt wenn mal richtig in Online-Modus und so kommt ne das könnte interessant werden wo ist die unter uns jetzt ne noch weiter hinten das mit dem Fliegen ist schon cool ne ups noch weiter hinten alles klar ach hier unten im Baum das heißt wir könnten uns eigentlich oben eine Base bauen ne wenn ich mal richtig geflogen hätte ich dann eine Base bauen können ansonsten da wäre halt ein guter Platz zum Bauen eigentlich ne ich würde sagen wir haben jetzt hier auch einen Schlafplatz wohl eigentlich unnötig ne ich glaube nicht dass das nötig wäre so gute Frau hier bin ich was kann ich vielleicht tun vor Wut also Skadi hat mich hier eingeschickt sie hat gesagt dass du mir vielleicht sagen kannst wie wir den Nashornkäfer am Strand hä der angekommen ist ja Nashorn und so ne und ja Nashornkäfer vielleicht habe ich jemanden Sümpfen gesehen könnte aber nicht erkennen wer das war kurz darauf taucht ein riesen Albino spinn hinterher alles klar weiter ich werde was suchen und sie ist hier halt mit Spinnen unterwegs gibt es ein Gegengift alles klar das heißt ich hätte äh erstmal das Gegengift lernen sollen und die ist irgendwo da hinten wir müssen hinten durch die Höhle wahrscheinlich warte mal ich muss nochmal fragen und es gibt irgendeinen Bösewicht hier ja hinter den westlichen Mauern der Sümpfe in einer Höhe südwestlich von hier alles klar ich würde sagen wir machen uns dann auf den Weg dorthin oder hey hallo machen wir jetzt keine Faxen hier ok die machen Faxen die machen wir Faxen die machen wir Faxen kann ich den Feuern setzen ist mir nicht erlaubt eine Foundation irgendwo und dann ein Feuer drauf da habe ich mir kein kleines Hafer aufbauen ja dann werde ich die ja mal nicht erfrieren die Spinnen sind verdammt nervig ich weiß nicht wie die ich die am besten wegbekomme vor allem sind wir total unterkühlt ne wir müssen irgendwie ein Feuer bauen eigentlich langsam reicht es mir aber das ist halt der Nachteil vom Winter ne äh Hammer irgendwo kann ich auch ein Feuer bauen oder nicht dann muss ich mir das da oben bauen alles klar baue ich mir jetzt halt hier dann wird es hier gebaut wir sagen das nehme ich aber auch mit das Feuer wegen unserem Material eigentlich würde ich gerne die Spinnseide mitnehmen das kann man auch auf dem Rückweg würde ich sagen Alter die sind sowas von nervig so ein bisschen ernsthaft ich habe die Schere nicht mitgenommen was ich was für ein Genie ich bin aber so haben wir keine Ausreden so geht es direkt hier gibt es auch Spinneneier wissen wir bescheid okay hier ist nur ein Eingang ich sollte auf jeden Fall mir so einen hier trinken und den hier dann das Ziel auswählen alles klar also wir müssen nicht durch den Tunnel sondern irgendwo da hinten lang komme ich da hin hätte ich mir doch diesen Beifahrer mitnehmen sollen ich weiß es nicht aber wir können wenigstens oh ne ich würde sagen wir können wenigstens cool lang fliegen so ein bisschen Material sollen wir uns sammeln dann bauen wir uns so ein kleines Minilager hier gibt es zum Glück gut genug von allem zack 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 und Flams bauen wir hier vielleicht eine kleine Holzhütte oder was meint ihr haben wir genug Rinde dafür ich meine hier würde genug rumliegen aber ich will jetzt auch nicht zu viel Rinde sammeln um hier eine Base zu bauen hier ist es gerade relativ ruhig so einen kleinen Schlafplatz den würde ich schon brauchen oh je 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 warte mal das ist eine fette Spinne am Start ich bin eigentlich auch Seide hab ich vorhin Seide bekommen nö nur schimmelige Augen das gute ist dass die hier eigentlich alles an Material geben die Setzlinge die sind echt gut machen wir uns mal ein bisschen auf den Weg und dann bauen wir uns da hinten irgendwo einen kleinen Unterschlupf ein paar Steine ich weiß nicht wofür ich Steine brauchen würde warum ich die gerade hacke irgendwie hab ich ein Gefühl ich werde die brauchen warum liegen die hier rum also wenn man sich hier eine fette Base oben in den Bäumen baut ne dann ist man schon echt Maschine ok muss ich mir hier was hochbauen ich meine irgendwie muss man ja oder ist da hinten der Tunnel muss ja nicht oben drüber ne alter das ist ein Skelett hier ist mal ein Mensch draufgegangen da ist auch eine Spinne nein boah ganz langsam ganz langsam Freund ich würde sagen wir bauen uns hier einen ganz kleinen Unterschlupf selbst ein Mensch hier drauf geht sind die Menschen vielleicht deswegen verschwunden und wir haben auch nicht so viel Leben weil wir Kollegen ich komme im Frieden ich möchte auf so einen Ast oder so drauf kann man sich das baut versuchen es ganz kurze leute stunde der wahrheit ja hier haben wir den rinde und holz wie würde das so verbrauchen so holzdingens hier wussten holzwand eine rinde oder sollte reichen eigentlich wir uns hier sowas hier bauen zack und so bauen wir uns einmal sowas hier noch so kleines feuer wohl wie klasse offen lassen würde ich sagen machen wir uns eine workbench noch hin zack sagen so und so denn ich würde sagen heute das war es erstmal mit dem livestream wir werden auf jeden fall demnächst wieder reinschauen gehen dann zu dieser albino keine ahnung was spinne ich weiß nicht wie hart die sein wird ich werde es aber denke ich mal schaffen sonst würde ich sagen wir werden und kommentieren nicht vergessen schaut gerne auch meine gameplays rein da habt ihr es auch sonst noch mal alles oder einfach auf den kanal unter livestream dann könnt ihr euch alle leichtes reinziehen könnt ihr auch ein bisschen vorspulen wenn euch was nicht interessiert euch das ganze anschauen ich werde die playliste auch mal machen die livestreams in die playliste reinballern ansonsten würde ich sagen leute wir werden kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten mal wieder tschau tschau w Vielen Dank.